Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 319. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Bastille. Gude und Grüße. Gude und Grüße und in wenigen Minuten, so hoffen wir, erwarten wir auch noch den Herrn Marvin hier und es könnte sein, dass wir dann neben Fußball auch noch über andere Dinge sprechen. Bevor wir dabei dazukommen, würde ich sagen, sollten wir uns nochmal ganz herzlich bedanken bei den Menschen und Menschinnen, man muss ja heutzutage alles durchgendern, habe ich gelernt, die am Samstag bei unserem kleinen Live-Diskussion-Sommerfest im Museum waren. Wir hatten ursprünglich überlegt, ob was aufnehmen, wir haben es dann nachher nicht gemacht, weil es einfach die Möglichkeit nicht hergab. Dafür hatten wir eine sehr spannende Diskussion über verschiedenste Themen mit den Menschen, die vor Ort waren, was sehr schön war und waren im Nachgang noch irgendwie rund ums Bahnhofsviertel unterwegs. Auch mit einigen Hörern und Hörerinnen und haben da noch die Diskussion vertieft, waren unter anderem in der Kultkneipe Mosel-Eck. Ich würde sagen, es war ein gelungener Nachmittag-Abend und für den manch anderen auch noch irgendwie die Nacht und der nächste Morgen. Ich fühle mich da nicht angesprochen. Ne, war sehr schön, vielen Dank an alle, die da waren und ich habe so das Gefühl, wir müssen das öfters machen als nur einmal im Jahr, aber ist jetzt erstmal nur so eine Vermutung. Ja, Grüße auch an Eidra-Fans-TV, die das mit uns zusammen gemacht haben. Stimmt, die hätte ich jetzt fast vergessen. Andi und Dirk, ja. Genau, die auch mit dabei waren. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Andi war ja dann auch noch mit im Bahnhofsviertel, haben da ein bisschen gequatscht. War eine runde Geschichte und das nächste Mal machen wir auf jeden Fall wieder eine Aufnahme und eine Sendung draus, das steht schon mal fest. Yes. So, dann würde ich sagen, kommen wir zu aktuelleren Geschehnissen. Es steht ja so ein Bundesligaspiel bevor, bevor wir da allerdings final drüber reden. Heute nächste Schockmeldung, Hiobsbotschaft, hast du nicht gesehen. Der nächste verletzte im Lager und nicht irgendwie so, ich habe Schnupfen und bleibe mal zwei Tage im Bett, sondern gleich wieder sechs Wochen. Patentia hat einen Außenmeniskusriss sich am Montag, also gestern im Training, zugezogen, muss operiert werden und fällt für mindestens sechs Wochen aus. Wir haben echt irgendwie wieder klassische Scheiße am Schuh, oder? So, Tüschereintracht. Zur Unzeit, also es ist ja nicht die einzige, es summiert sich ja auf einen Haufen mittlerweile, dass er jetzt auch noch so lange ausfällt und du hast ja gesagt, das werden wahrscheinlich zwei Monate werden, dass es inklusive Fit werden, eigentlich die Hinrunde. Und eigentlich genau diese heiße Phase, die jetzt anfängt mit den europäischen Spielen, wo man eigentlich gerade dann dieser Breite auch im Sturm hätte gebrauchen können. Ja, jetzt kacke. Das ist kacke und jetzt haben wir noch Haller und Jovic vorne. Was ausreicht, das ist nicht so, also der Sturm ist das, das hört sich jetzt blöd an, aber wenn ich mir eine Verletzung wünschen müsste, weil mich jemand bedroht, dann hätte ich gesagt, gut, da ist vielleicht der Part, wo wir es am leichtesten verkraften können, weil wir mit Haller und Jovic eigentlich, also es wäre ja trotzdem nur Stürmer Nummer drei gewesen. Trotzdem ist er ein Spieler, wo man trotzdem latent die Hoffnung hatte, dass er vielleicht so ein bisschen überrascht, wenn er mal reinkommt, weil er in den Testspielen ab und zu schon ein bisschen gescored hat. Das ist für ihn natürlich echt beschissen. Also der kommt zum neuen Verein, da musst du dich irgendwie eingewöhnen und bis quasi so am Anfang irgendwie jetzt ein bisschen reinzukommen hast im Testspiel, auch wo es vom Trainer gelobt und dann sowas, zack, zack. Wobei ich auch noch sagen muss, das ist fast schon wieder Glück im Unglück, weil das Knie auf den Bildern, die nach dieser Verletzung rumgegangen sind, das sah bis noch schlimmer aus. Also da habe ich mit noch schlimmeren Ausfallzeiten gerechnet, von daher hält sich das jetzt in Grenzen, aber die Grenzen sind halt sehr, sehr weit und das ist trotzdem zum Kotzen. Ja, sie sagen jetzt also mindestens sechs Wochen, das ist jetzt irgendwie die Vermutung vor der OP, du weißt auch nicht, wie das dann irgendwie ist, was dann bei der OP noch irgendwie rumkommt, also das ist ja jetzt nicht zu 100% gesetzt. Ich weiß, wir können jetzt den Teufel an die Wand malen und so ist nicht, aber ja. Auf der anderen Seite hast du natürlich recht, Sturm ist der Bereich der Mannschaft, wo wir so ein bisschen überbesetzt sind, so mehr oder weniger. Ich meine, wir haben ja auch noch einen Rebic, der durchaus ja auch das eine oder andere Tor schießen kann. Wir hätten auch noch einen Müller und Kostic, also offensiv ist jetzt irgendwie nicht so spärlich besetzt, aber auf der anderen Seite, wäre Pacens ja schon so ein Stürmer gewesen, den ich auch gerade in diesen angesprochenen Europakasp-Spielen gerne mal gesehen hätte, weil er für mich halt auch nochmal ein ganz anderer Spielertyp ist als Haller und als Jovic, wo ich gedacht hätte, der könnte uns an der einen oder anderen Stelle da nochmal so ein bisschen helfen. Aber gut, schauen wir mal, die sechs Wochen sollten wir jetzt irgendwie noch überstehen und wenn es dann wirklich nur sechs Wochen und ein bisschen sind, dann hätten wir ihn ja wieder da und dann kann er dann ja nochmal angreifen, wobei er sich natürlich dann auch erst wieder in die erste Elf irgendwie reinspielen muss. Ja, gute Besserung. Ja, im Chat wird geschrieben, Alex Mayer ist noch arbeitslos. Ja, das war auch so ein Thema, was wir am Samstag im Stadion besprochen haben. Für mich persönlich ist das Kapitel durch. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Wird auch, glaube ich, nicht mehr geöffnet, das Kapitel. Nee, nee, das ist der, der fünfseitige Band ist zu Ende geschrieben, der steht jetzt im Regal. Da kann man sich den gelegentlich angucken, aber das war dann auch. Nee, irgendwann ist alle Serie mal durch. So, dann, es wirkt gerade so, als wenn wir das ein bisschen durchhetzen, aber ich glaube, das war auch so die aktuellste Meldung. Keine Angst, wenn ihr darauf wart, das Thema DFB, das kommt noch. Da haben wir ja eigene Kategorien mittlerweile dafür. Aber wir wollen jetzt dann doch tatsächlich mal über wichtige Spiele und nicht nur Länderspiele sprechen. Und wichtiges Spiel steht am Freitag dann in der Tat auch mal wieder an. Ligaspiel gegen Dortmund. Wir hatten ja gesagt, jetzt fangen so ein bisschen die heißen Wochen an. Wir dürfen nach Dortmund fahren. Freitagabend. Freitagabend, 20.30. Beste Sendezeit, ich weiß nicht, Basti, fährst du hin? Wahrscheinlich, oder? Es ist noch offen, 50-50. Ich bin noch unentschlossen, weil, ja, dadurch die Terminierung freitags ist es immer ein bisschen schwierig, dann Leute zu finden, die auch freitags dann schon mitfahren können. Aber ich bin da gerade noch in Verhandlung. Also, ja, gut, hätten wir das auch geklärt. Ja, klar, wenn man so auf den nominellen Kader guckt und was da irgendwie so möglich ist, dann hat Dortmund da schon eine ganz andere Qualität. Jetzt kann man natürlich sagen, die haben jetzt auch irgendwie gegen Hannover da letzte Woche irgendwie mit diesem 0-0. Das war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, was die da irgendwie so rausgespielt haben. Ja, Dortmund ist eine sehr interessante Mannschaft, weil ich glaube, natürlich auf einem ganz anderen Niveau, aber die haben ähnliche Vorzeichen wie wir, dass die Fans selber das auch noch gar nicht einschätzen können. Also, die haben viele interessante Neuzugänge, wo man aber auch noch nicht ganz genau weiß, wie lange es dauern wird, bis sie wirklich helfen. Außer vielleicht bei Witzel, der sofort da ist, der quasi seiner Präsenz und seiner Aura einfach auch schon irgendwie, ja, der ist quasi, der braucht keine große Eingewendungszeit, glaube ich, weil er schon sehr, sehr erfahren ist. Aber ansonsten haben die schon eine sehr interessante Mannschaft, die aber, wie gesagt, hoffentlich am dritten Spieltag eventuell noch ein bisschen zu ärgern ist, weil ich glaube, umso länger Favre da ist und umso länger Zeit mit dieser Mannschaft hat zu trainieren, umso unwahrscheinlicher wird es, dass irgendeine Mannschaft nicht schlägt. Also von daher... Ja, das wäre jetzt auch noch so ein bisschen meine Hoffnung, dass die noch so sehr früh in der Saison vielleicht noch nicht so ganz in dem System drin sind, was ein Favre da gerne spielen lassen würde. Ja, du hast halt diese Viererkette mit Schmelzer, Diallo, Akanji und Piszczek, die müssen sich auch erstmal finden. Du hast irgendwie in der Mitte wieder so den Kinderriegel reloaded, wie damals mit Hummels und Subotic. Ja. Dann hast du außen zwei sehr Erfahrene, die vielleicht dann dadurch, dass sie ein bisschen erfahrener sind und ich will nicht sagen älter, aber vielleicht so ein paar Schnelligkeitsdefizite vielleicht gegen eventuell Kostic haben könnten. Ja, ich wollte es gerade sagen, also gerade so, was ich von dem Dortmund-Spiel der letzte Woche gesehen habe, merkst du schon, Piszczek und Schmelzer sind natürlich Namen und die haben sich auch verdient gemacht, aber da merkst du halt das Fußballalter jetzt auch langsam bei den beiden Herren. Wobei ich gerade erschreckenderweise feststelle, die sind beide auch noch jünger als ich, Leckme de Föls. Aber das ist vielleicht, das ist so der einzige Hoffnungsschimmer, den ich habe, weil wenn ich dann weiter hoch ins Mittelfeld gehe mit Delaney, Witzel und Dahoud, da werden wir, ohne das Böse zu meinen, aber da werden wir in aktuellen Verfassungen und mit der unsicheren Zentrale, die wir aufbieten werden, wo wir alle noch nicht sicher sind, wie der Maschinenraum aussehen soll, da werden wir so ein bisschen abschmieren gegen. Also das wird auf jeden Fall, glaube ich, der Punkt wird an Dortmund gehen, die Mittelfeldpräsenz, das wirst du vielleicht irgendwie bei außen umspielen müssen. Also du wirst auf gar keinen Fall dich auf ein zentrales Duell mit Witzel, Delaney und Dahoud einlassen können. Gerade aufgrund der Tatsache, dass uns da wirklich teilweise die spielerischen Mittel fehlen. Also du kannst zwei Kämpfer dagegen setzen, die dann quasi die Offensivbemühungen von den beiden vielleicht einbremsen werden. Und da musst du gucken, dass du irgendwie drum herum spielst, dass du wirklich, dass die Außenstürmer sich vielleicht ein bisschen fallen lassen, also sich ab und zu Bälle außen abholen, um dann irgendwie in Situationen zu geraten, ja, vielleicht ein paar Flanken auf Haller, ich weiß es nicht genau, das muss Hütter sich ausdenken, deswegen ist er der Trainer und ich nicht. Aber das ist sowas, wo ich denken würde, hm, da kommst du vorne ins Sturm, da wird es vielleicht ein Wiedersehen mit Marius Wolf geben. Ich hoffe nicht, dass irgendwie dann in den Zusammenfassungen dann von dieses Unsägliche hier ausgerechnet ausgepackt wird, dass er dann irgendwie ein Tor schießt, weil er besonders motiviert ist. Ja, Marco Reus hat uns schon oft wehgetan und dann ist vielleicht die eine nächste Schwachstelle bei Dortmund, dass sie noch diese Mittelstinger-Position, ich weiß nicht genau, inwieweit Paco, der Fall aus Barcelona kam, wie weit der schon einsatzbereit ist. Aber ich glaube, wenn Maximilian Philipp allein im Zentrum spielen würde, das ist, glaube ich, jemand, den unsere Innenverteidigung noch verteidigt bekommt. Das heißt, Dortmund wird ein bisschen später, aber auch dann vielleicht irgendwann auf die Außen ausweichen müssen und oder mit Reus so ein bisschen Trouble machen. Aber machen wir uns nichts vor, das wird eine Aufgabe, die ist vielleicht für die Eintracht in der jetzigen Verfassung mit den jetzigen eigenen Problemen, die man noch hat, vielleicht einfach noch eine Spur zu groß. Ja gut, da könnte man dann natürlich auf der anderen Seite das Argument auspacken, dann passiert es wenigstens ganz am Anfang, dafür hast du dann halt auch den Triss weg. Ja, weiß ich nicht, also ich glaube, da jetzt irgendwie noch einen Punkt mitnehmen wäre für die Motivation, auch mit dem, was dann in der nächsten Woche kommt, mit dem ersten internationalen Spiel schon nicht verkehrt. Weil du natürlich dann auch so ein bisschen ansonsten wieder so den Punkt hast, dass du wieder so von ganz unten heraus das aufbauen musst. Ja, da sprichst du halt echt einen Punkt an, den kann man leider nicht ändern. Also da kann die Eintracht auch nichts dafür, aber es ist jetzt trotzdem mal so, dass du wirklich jetzt drei knackige Spiele enthält. Freitag, Donnerstag, Sonntag, du spielst gegen Dortmund, Marseille und Leipzig, da ist es kein einziger, wo man sagen muss, da müssten wir unruhig werden, wenn wir nicht einen von denen schlagen, weil eigentlich kannst du auf dem Papier alle drei verlieren, ohne dass irgendwie der Baum brennen sollte. Ja, aber das interessiert die Tabelle leider nicht. Und du sagst es ja, wir hatten es ja vor dem Bremen-Spiel gesagt, wie wichtig es eigentlich gewesen wäre, da zumindest einfach zu punkten. Das hatten wir ja auch, glaube ich, in unserem Spiegeltext geschrieben, dass das quasi uns so ein bisschen die ruhigen Wochen bescheren würde. Hat es jetzt aber nicht. Größer an die 96. Minute. Das ist jetzt so und deswegen fährst du halt nach Dortmund. Ich will nicht sagen mit Druck, weil da kann die Eintracht sich trotzdem nichts ausrechnen, aber wie du es gesagt hast, es wäre halt verspätet super, den Druck rauszunehmen, den du da vielleicht nun entschieden hast. Für die Liga hast du halt im Prinzip keinen Druck. Also sind wir mal ganz realistisch, wir reden vom dritten Spieltag. Klar können am Ende dich irgendwie zwei Punkte vor irgendwie Abstieg oder nicht Abstieg retten, um es mal irgendwie ganz hart so machen. Aber was ist halt jetzt kurzfristig, wenn du sagst, du schaffst gegen eine Mannschaft wie Dortmund irgendwie einen Punkt und spielst dann gegen eine Mannschaft wie Marseille, die man ja irgendwie auf dem Papier so in der gleichen Richtung irgendwie einsortieren kann, dann gehst du da natürlich auch mit einer ganz anderen Motivation hin. Plus halt eben dem Fakt, dass du ja sowieso irgendwie total Bock drauf hast, da international zu spielen. Ja, wäre das einfach nochmal so das Fünkchen extra hinten dran. Wenn du keinen Punkt holst, dann ist halt immer noch irgendwie dritter Spieltag und ja, hast noch ein paar. Ja, ich weiß nicht, wir beide reden uns das jetzt auch vielleicht so ein bisschen so, dass wir nicht enttäuscht sind, aber eigentlich will ich, dass die Mannschaft da hinfährt und dann einen Punkt holen will. Machen wir uns nichts vor, weil du hast Hannover angesprochen, Hannover hat zu Hause 0-0 gegen die geholt. Und da hat es in Dortmund auch noch, hat noch nicht alles funktioniert. Dann, ja, wie gesagt, also wenn, man hatte ja jetzt auch wieder ein bisschen mehr Zeit und vielleicht kommt der eine oder andere Spieler, ist wieder aus der Verletzung zurück. Rebic, mit dem rechne ich noch nicht. Nee, das wäre zu früh. Das wäre zu früh, das sollen die auch nicht machen. Da würde ich lieber auch noch warten, da würde ich vielleicht sogar Marseille und Leipzig auch noch abwarten. Dass man sagt, wenn er wiederkommt, dass er komplett fit ist. Aber nichtsdestotrotz kann die Eintracht trotzdem am dritten Spieltag, wenn Dortmund noch nicht komplett in Hochform ist, vielleicht der Hinfall und die Ärger. Wir haben das letztes Jahr gesehen, da haben wir auch sehr, sehr unglücklich gewonnen, äh, verloren. Und der, was weiß ich, was machen wir, 92 Minuten haben wir, glaube ich, 2-2 gemacht und danach fiel noch das 3-2. Das war diese Costa-Geschichte mit dem aufgehobenen Abseits. Genau, Batshuayi, Doppelpack. Ja, das war, wie gesagt, aber trotzdem zeigt das ja, dass man da nicht verlieren muss. Und da hattest du quasi auch einen Rebic, der schon früh ausgewechselt wurde, der ist jetzt auch nicht dabei. Also du hast das auch mit Spielermaterial geschafft, was jetzt auch noch hier ist, teilweise. Und, äh, ja, Dortmund muss auch erstmal gegen uns gewinnen, glaube ich. Ich, äh, ich hab irgendwie so ein ganz tiefe, ganz tief unten drin, hab ich die Hoffnung auf so ein dreckiges 1-1 irgendwie. Wo man am Ende sagt, ja, war vielleicht ein bisschen glücklich, aber unterm Strich verdient. Und, ja, die Hoffnung will ich jetzt auch noch haben, weil, wie du es gesagt hast, die Saison ist noch früh und, äh, Dortmund wird vielleicht die Saison noch auftrumpfen, aber vielleicht erst ein bisschen später. Ja, ich hab mir vorhin nochmal ein Kurzinterview mit, äh, der Gußmann angeschaut, der gesagt hat, dass sie jetzt einfach sehr gut auch gearbeitet haben, die Mannschaft nochmal so ein bisschen zusammengerückt ist. Also vielleicht, äh, hat das halt wirklich dann einfach nochmal so ein bisschen mehr Motivation jetzt auch gegeben. Und ich glaube schon, dass da auch noch ein bisschen was, äh, durchaus geht. Was wäre denn so eine favorierte, äh, favorierte, ich kann schon nicht mehr reden, das ist fürchterlich, eine favorierte Aufstellung, die du da hast, weil wir haben ja auch den ein oder anderen Verletzten oder auch, äh, Gesperrten zu beklagen. Äh, das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht final erwähnt. Ähm, Willems hat drei Spiele Sperre und dabei ist es auch geblieben, glaube ich, oder? Hab das jetzt mit dieser Nachverhandlung eigentlich so richtig nicht geregelt. Ja, ich bin, es ist bestätigt worden. Ich habe zumindest nichts Gegenteiliges, ähm, daher, wie es... Es ging, glaube ich, heute irgendwie eine DFB-Meldung rum, ich gucke mal, ob ich es auf die Schnelle finde. Ja, ich war heute den ganzen Tag unterwegs, da habe ich noch nichts verfolgt. Ja, das wird am Freitag, den 14. September ab 11 Uhr in Frankfurt mündlich verhandelt. Also es ist noch nicht final, final. Aber gut, jetzt fehlt auf jeden Fall. In dem Spiel auf jeden Fall, ich würde mal davon ausgehen, in dem danach auf jeden Fall auch noch. Und ich weiß nicht, äh, ich habe irgendwie gerade nicht so das Gefühl, dass man jetzt irgendwie auf Frankfurt allzu gut zu sprechen ist und irgendwie von diesen drei Spielen abweichen will. Ich weiß auch nicht, woher diese Einschätzung kommt. Ach nee, nee, da tappe ich auch komplett im Dunkeln. Ja, das ist, äh, vielleicht müssen wir da nochmal in unseren E-Mails suchen, ich weiß auch nicht. Also... Dann wird Salcedo natürlich rausfallen. Nee, korrekt. Willems auch. Das heißt, wir müssen quasi rechts da Costa in der zentralen Innenverteilung Abra natürlich. Ja. Ja, und dann wird wahrscheinlich ein Dicker früher wie weiter ins kalte Wasser geschmissen. Äh, früher als geplant, aber macht mir nicht so viele Bauchschmerzen, wie ich vielleicht anfangs gedacht hätte. Hm, links Willems? Äh, Tavata, Entschuldigung. Links Tavata, ja. Das stellt sich leider zu so einem frühen Zeitpunkt leider, leider schon von selbst auf. Und das ist ein bisschen bedenklich. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob er, ich hab jetzt mal so eine ganz kühne Vermutung, ich sag, ein Dicker bleibt auf der Bank und dafür darf, äh, Fallet. Aus der reinen Vermutung hin, weil ich sag, du kannst vielleicht gegen Dortmund nicht anderes spielerisch lösen und du brauchst mal einen, der halt auch einfach mal dick den Fuß drauf hält. Da wäre Fallet für mich eher der Mann. Da ist wie weit die Frage, inwieweit er überhaupt in den Planungen eine Rolle spielt, weil er ja die ganze Zeit nicht da war. Vielleicht sehen wir sogar Mark Russ. Also wenn du einen Dicker draußen lässt, dann hast du ein Geschwindigkeitsproblem, finde ich. Ja, das hätte man vielleicht aber wissen können, wenn man Mark Russ behält. Ich bin da immer noch unsicher, warum das geschehen ist. Ja, also er kann halt auch viel mit seiner Erfahrung wegmachen, aber an der Stelle... Gut, also du sagst quasi Fallet. Fallet, Abraham in der Mitte. Ich sag Abraham und Dicker und links Tavata. Ja, Tavata ist, äh, klar, da gibt's nicht viel Auswahlmöglichkeit. Dann wird's für mich interessant, weil's da unter der Woche auch einige Misstöne gab von zwei Spielern, die dort nicht gespielt haben, Haseben und Deguzman, die sich geäußert haben, dass sie natürlich nicht zufrieden sind, dass sie nicht zum Einsatz gekommen sind. Ich rechne hier damit, dass, äh, um so ein bisschen Ruhe ins Spiel zu kriegen, Hasebe und Deguzman spielen werden auf der Sechs. Meinst du? Ja. Also Hasebe wäre zumindest gut für den Aufbau, für den, für den, ähm, spielerischen Aufbau. Für mich wäre auch für die Organisation gut. Also für mich wären halt, Hasebe und Deguzman wären beide für die Organisationen für so ein bisschen Ja, Hasebe könnte auch im Zafelsfall da nochmal zurückfallen und dann wird halt aus der Viererkette irgendwie eine Viererkette. Hät's da nochmal so ein bisschen Stabilität drin, ist vielleicht auch halt ein System, was man jetzt schon eher mehr verinnerlicht hat, um's irgendwie nicht total abdriften zu lassen. Ähm, Deguzman, na, weiß ich nicht an der Stelle, also ich würde da, ich gebe Hasebe mit, das klingt jetzt so ein bisschen wie, äh, als hätten wir es unter uns auspokern. Ähm, bin mir aber ziemlich sicher, dass Deguzman nicht spielt, sondern nach wie vor Toro daneben. Okay, ja, würde auch Sinn machen, dass er weiter, weiter Spielpraxis kriegt. Vielleicht scheint er ja wirklich auf ihn als einen zentralen Baustein zu setzen. Ja, er würde für mich ins Konzept passen, Hasebe, vielleicht nicht unbedingt wegen dem, was er gesagt hat, sondern einfach um die Abwehr da nochmal so ein bisschen zu stabilisieren mit den vielen Ausfällen, aber für mich ist Toro momentan erstmal doch gesetzt, da irgendwo in der Mitte. Ich rechne dann aber damit, dass quasi ein dritter, sechser, slash achter dazu stößt, dass es quasi so ein ähnliches Dreiermittelfeld wie bei Dortmund wird und das wird meiner Meinung nach Gacinovic sein, der ein bisschen vor den beiden vielleicht spielen wird und nicht wie so auf der 10, wie sonst, sondern dass du so ein Dreiermittelfeld hast, wo Gacinovic noch eine Rolle spielen wird und dann rechne ich vorne eigentlich, dass Müller vielleicht rausfliegt mal wieder, weil er natürlich trotzdem auch eine lange Verletzung hatte und er es langsam wieder reinkommt und gegen Bremen jetzt nicht unbedingt so unfassbar gut gespielt hat. Ich rechne damit, dass Jovic für Müller reinkommt und du vorne mit Halea, Jovic und Kostic spielen bist. Also dann Jovic auf so einer halbrechten Position. Ja, also die drei da vorne werden sich vielleicht so ein bisschen, aber zumindest die zwei außen, genau, so ein bisschen. Das wäre eine ausgewogene, aber trotzdem für Dortmund auch mutige Aufstellung. Ja, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich sehe schon eher Müller vor Jovic. Aber gut, ich habe die Trainingseindrücke jetzt auch nicht, aber ich fände es beides gut. Ich kann mit beidem leben. Und dann halt einfach wirklich zu versuchen, schnell irgendwie über die Außen da in die Lücken rein und dann, ja, Flanken ist immer so ein bisschen schwierig, weil Flanken eigentlich immer so ein Mittel sind, wo du sagst, die sind irgendwie sehr wertneutral. Da schießt du irgendwie acht Stück und wenn du Glück hast, kommt mal irgendwie eine beim Stürmer an und geht dann noch irgendwie aufs Tor. Also, aber ich glaube, viel andere Möglichkeit haben wir da jetzt an der Stelle halt auch nicht. Wie plantet gerade die nächste Meldung rein? Geraldo ist angeblich an der Wirbelsäule verletzt. Ja, hervorragend. Ja, super, der Kader. Und im Chat schreibt Ernst gerade noch, dass angeblich wohl Hasebe als Mensch für die Rechtsverteidigerposition zur Verfügung oder gehandelt wird. Das wäre natürlich auch nochmal irgendwie so eine ganz komische Nummer. Das erinnert mich ein bisschen an Armin Fee. Ja, da waren es aber die Sechser. Ganz ehrlich, das nervt mich schon wieder. Das fängt jetzt hier schon am dritten Spieltag schon an, dass wir über solche Sachen nämlich reden. Ja. Da hätte man vielleicht jemanden holen können. Meine Güte. Das heißt, wir würden uns in Ausstellungen hier zurechtgucken, wo wir fast keine Alternativen mehr haben. Die halbe Welt verletzt sich. Und wir müssten jetzt plötzlich keine Ahnung. Dortmund, Marcel und Leipzig. Ich hätte mir einfach gewünscht, und es tut mir sehr leid, das einfach mit einem breiteren und an gewissen Stellen qualitativ hochweiteren Kader anzugehen. Das ärgert mich jetzt wirklich. Dass du wirklich am dritten Spieltag irgendwie das Gefühl hast, du gehst in gewissen Teilen schon auf der Felge und hast schon trotzdem Spieler, die sich über mangelnde Einsätze beschweren. Das ist alles andere als optimal, meine Güte. Aber wahrscheinlich gewinnt genau deswegen die Eintracht jetzt in Dortmund. Und von daher ist alles wieder gut. Meinst du, das ist so ein Umkehrschluss? Ich weiß es nicht. Es ist halt trotzdem blöd, wenn es wirklich rumgeht, dass am dritten Spieltag schon gesagt wird, ja, Siebel spielt vielleicht als Rechtsverteidiger. Das klingt für mich nicht nach einer optimalen Planung. Nee, nee. Das ist ja nicht nur die Planung, das ist halt auch Pech. Aber darüber darf man sich auch aufregen. Weil das ist halt irgendwie nervig. Dieses Jahr verletzt sich wieder. Und dann weißt du nicht, wann er wiederkommt. Dann ist er nicht ganz fit. Dann braucht er wieder, kann sich nicht einspielen. Bla, bla, bla. Und bis wir uns das irgendwie alles zurechtgelabert haben und die da zurechtgewuschelt haben, dann ist es irgendwie schon der zehnte Spieltag. Ach ja, das ist blöd irgendwie gerade. Ja. Ja, 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 ja. Das ist definitiv gut. Gerald, das wäre jetzt für uns, für die Aufstellung an der Stelle jetzt auch nicht so wichtig gewesen. Trotzdem ist es einer, wo du denkst, okay, wenn der sich ein bisschen dran gewöhnt, dass er vielleicht wenigstens ab dem zehnten Spieltag an gewissen Stellen Element ins Spiel bringen kann, was sonst halt keiner hat. Wer weiß, vielleicht sehen wir auch Fabian in der Startaufstellung. Das würde mir vielleicht auch gut gefallen. Ja, da muss ich ja sagen, da hätte ich mir durchaus gegen Bremen gerade, mit dem, als dann der vierte Torwart da quasi drin war, gewünscht, man hätte mal jemanden gehabt, der halt auch einfach mal mit einem guten Schuss irgendwie aus 30 Metern da mal irgendwie prüft. Das kann natürlich gegen Dortmund, wenn du an der Abwehr nicht vorbeikommst, auch nochmal so eine Variante sein. Irgendwie auf Standards setzen oder halt einfach mal den Lucky Punch aus 30 Metern irgendwie. Bürki ist jetzt auch nicht immer fehlerfrei gewesen. Ja, vielleicht ist das auch, ich erinnere mich sogar an ein geiles Tor von Fabian. Das war unbedeutend, aber ich glaube, wir hatten Dortmund sogar mal ein geiles Tor geschossen. Ja, hat er. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, aber meine Erinnerung geht da in eine ähnliche Richtung. Also er könnte halt auch nochmal irgendwie so eine Variante sein. Wobei für mich Fabian irgendwie der wäre, gerade in dem Mittelfeld, wo er doch so ein bisschen Alternative vielleicht noch haben, weiß ich nicht. Also ich glaube, Gacinovic hat sich da eher so auf die Position gespielt als an Fabian. Aber vielleicht überrascht uns der Trainer ja in der Tat da noch so ein bisschen. Wird auf jeden Fall eine spannende Nummer. Ja, auch um zu sehen, ob Frederic Renaud dann wieder als Ersatztor hat, auf der Bank steht. Bank sitzt, nicht steht. Naha. Ja. Was wäre denn so dein Tipp-Ding? Ich hoffe, dass dieses Tief in mir drin erhoffte 1 zu 1 realisiert wird. Ja. Ich bleibe auch bei einem Unentschieden, sage aber ein 2 zu 2, wo wir in wirklich kurz vor Schluss mit einem enormen Mannschaftseinsatz noch aus dem 2 zu 1 das 2 zu 2 machen und damit eine grandiose Stimmung in diesem Stadion erzeugt wird. Auf unserer Seite natürlich. Ja. Ich glaube, das wäre auch... Also irgendeine Geschichte muss es da einfach geben, damit du für die kommenden Spiele da noch mal so ein bisschen mehr Motivation mit rauskimmst, würde ich mir da einfach eine sehr coole Story wünschen. So, schauen wir mal, dass der Herr Marvin dann gleich noch dazukommt. Dann können wir den auch noch mal nach seinem Tipp befragen. Aber ansonsten können wir dann schon mal hier ein bisschen weitermachen. Und wir kommen immer noch nicht ganz zu dem Thema mit hier Länderspiel und so. Sondern wir haben noch eine Hörerfrage bekommen von Benedikt. Und zwar hat er uns einen Link zu einem Artikel vom Deutschlandfunk geschickt, dass man überlegt, einen dritten europäischen Klubwettbewerb unterhalb der Champions League und der Euroleague einzuführen. Ich weiß nicht, ich bin schon ein bisschen älter. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es da schon was gab früher mal, nicht? Ja, wie hieß das? InterTotoCup und UiCup, glaube ich. UiCup, genau. Ja, hervorragend. Genau. Die haben immer wieder neue, tolle Ideen. Mich erinnert das manchmal an so ein bisschen, wenn du so in größeren Konzernen mit so Unternehmensberatungen immer irgendwie zu tun hast. Da kannst du immer so sehen, so, da gibt es irgendwie einen Vorschlag. Und das wird dann irgendwie gemacht. Und dann macht man was anderes. Und dann gehen fünf Jahre ins Land. Und dann haben alle das wieder vergessen. Und dann kommt dieselbe Unternehmensberatung. Ich habe da eine Idee, genau. Mit dem gleichen Vorschlag wieder, schreibt irgendwie einen anderen Titel drüber. Und dann siehst du so, die tingeln dann mit dieser gleichen Idee irgendwie so von Firma zu Firma, weil die machen dann irgendwie so im Abverzug von einem halben Jahr immer alle dasselbe. Und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das Gleiche passiert hier auch. Da hat irgendeiner mal irgendwie Spielpläne von vor zehn Jahren rausgezogen und gesagt, ach, guck mal, da gab es noch was Drittes, wäre das nicht irgendwie was Tolles. Genau, Pokal der Pokalsieger, das gab es auch noch mal, steht im Chat gerade. Ja. Da stehe ich. Also das war ja, man muss ja mal sagen, das war damals schon nicht der attraktivste Wettbewerb, aber da war wenigstens der UEFA Cup hat irgendwie noch so einen Namen gehabt. Keine Ahnung, vielleicht lag das auch einfach an dem Alter, in dem wir damals waren, dass es uns ein bisschen mehr begeistert hat. Auf jeden Fall, UEFA Cup ist sowas, was man trotzdem irgendwie, ja, das ist irgendwie, hat einen Wert, dieser Name. Die Euroleague hat das Ganze ja schon selber so ein bisschen abgewertet. Also außer in Frankfurt habe ich das Gefühl, außer in Frankfurt und Sevilla nehmen nicht viele die Euroleague irgendwie so wahr, weil die Champions League auch erweitert wurde und so. Da kam ja dann, statt die Meister kamen dann die ersten vier da rein. Das heißt, so ein bisschen hat man selber diesen Wettbewerb abgewertet. Und wenn jetzt unter diesen abgewerteten Wettbewerb, den wirklich nur in Marseille und Frankfurt irgendwie Leute interessant finden, da noch einen Wettbewerb dazu zu schustern, ich weiß nicht, ob das irgendwas ist, wo du denkst, okay, weil eigentlich aus unserer Sicht, da als Frankfurter müssen wir denken, ja cool, das macht uns das irgendwie leichter, sich vor Europa zu qualifizieren. Aber ich weiß nicht, ob ich eine Saison mit Dreifachbelastung dann haben will. Wo du eigentlich nur in so einem Wettbewerb irgendwie bist. Ja, wo du dann denkst, war so ganz toll, das ist dann doch nicht und dann nutzt sich das vielleicht ab. Da habe ich lieber, zumindest aus Frankfurter Sicht, diese Besonderheit Euroleague und keine Ahnung, wer weiß, was in den nächsten zehn Jahren mal passiert, vielleicht diese komplette Eskalation Champions League. Also ich würde da nicht dafür stimmen. Ja, nach dem, was da in dem Deutschlandfunkartikel, den ich übrigens auch in den Show Notes verlinken werde, wäre der Plan quasi, dass man bei der Champions League weiterhin bei den 32 Klubs bleibt. Die Euroleague von 48 auf 32 reduziert. Damit würde man den Wettbewerb vielleicht wieder so ein bisschen interessanter machen, um zu sagen, naja, da ist halt nicht jeder Pupsverein irgendwie mit drin. Und dann hast du halt weitere 32 Teilnehmer in dem dritten Ding. Aber dann bist du ja bei jeder Liga wirklich quasi irgendwie bis Platz 10 irgendwie mit international. Und Platz 10 bis 7, für die ist es ja dann wirklich eher so, ja, wie so ein Vorbereitungsturnier, wo du halt auch zufällig gegen Mailand und irgendwie was spielst. Das ist halt eher sowas für die zweite Mannschaft, wo du vielleicht mal noch irgendwie 200.000 Euro mitnehmen kannst, aber so wirklich Bock drauf haben kann da eigentlich keiner. Also ich bin, mich reißt das nicht vom Hocker. Also zumindestens nicht mit der, mit der, mit der Vorgehensweise. Also dann müsste man vielleicht wirklich wieder auf so andere Modelle irgendwie zurück. Und ja, schwierig, 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 schwierig. Klingt jetzt alles erstmal irgendwie danach noch irgendwie einen Wettbewerb zu haben, den man da vielleicht irgendwie vermarkten kann. Es wird zwar irgendwie davon gesprochen, dass man damit versuchen will, auch den kleineren Verbänden noch irgendwie was zu geben. Aber für mich klingt das jetzt eher erstmal nach, wir haben noch was, was wir vermarkten können. Das finde ich echt ein bisschen schwierig. Aber schauen wir mal. Wäre, wenn, es kommt dann irgendwie in der Saison 2021. Ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Wer weiß, was dann da überhaupt irgendwie ist. Aber die Frage von Benedikt ist nach unserer Meinung. Und ich glaube, die haben wir jetzt da sehr unfänglich. Das klingt wieder wie so ein typischer UEFA-Move, wo irgendwie da irgendjemand gewählt werden muss. Und dann umso mehr Leute du in irgendein Boot holst, umso mehr Stimmen kriegst du. Das sorgt dafür natürlich, dass wir auch irgendwann eine WM mit 124 Mannschaften haben oder was weiß ich. Ich weiß nicht, ob die sich einen Gefallen tun, ihre eigenen Wettbewerbe da immer wieder zu verbessern. Und da kommt hier noch eine Nations League und da kommt hier noch das und keiner. Du merkst ja auch, dass irgendwann die Aufnahmefähigkeit von Fußballfans zu Ende ist. Und dann den Modus von der Nations League. Ich habe trotzdem, und ich habe viele fußballaffine Leute in meinem Umfeld, überall. Ich kenne niemanden, der mir komplett diesen Modus erklären kann. Und das heißt schon viel. Also das ist wirklich, irgendwie passt das gerade da rein. Ja, ich habe den Modus mit der Nations League auch nicht verstanden. Ich habe mich aber auch 0,0 damit beschäftigt, weil es mich halt wirklich einfach nicht interessiert. So gar nicht. Ich habe auch von diesen beiden Länderspielen nichts gesehen. Keine Zusammenfassung, nichts live, kein Interview und gar nichts. Das hat mich mehr oder weniger nicht interessiert. Mich auch nicht. Und das macht mich jetzt aber auch irgendwie nicht traurig. Nee, ich glaube, das ist für den Fußballfan, dessen Herz halt eher für den Vereinsfußball schlägt, ist es halt wirklich mittlerweile mehr oder weniger tot. Ist tatsächlich so. Ich bin gespannt. Ja, das macht es jetzt irgendwie alles nicht einfacher. So, dann kommen wir jetzt mal zu unserer Lieblingsdingensier-Kategorie, nicht? Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im Richtigenleben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Immer noch ein grandioser Jingle, den wir uns da zusammen gebastelt haben. So, bevor wir natürlich über aktuelle Dummschwätzer sprechen wollen, müssen, dürfen, können, und da gibt es ja den einen oder anderen, wo es sich vielleicht auch lohnt, länger darüber zu sprechen, müssen wir natürlich mal auflösen, wer denn letzte Woche das Rennen gemacht hat. Und es war natürlich auch so ein bisschen unfair, weil wir Uli Hoeneß mit einer Doppelnominierung quasi drin hatten für zwei unterschiedliche Themen. Trotzdem hat Uli H. nicht den ersten Platz gemacht. Kannst du dir das vorstellen? Ja, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Platz 1 ist in der Tat ganz knapp vor tatsächlich der einen Uli Hoeneß-Nominierung mit knapp 2,2 Prozent hat den ersten Platz belegt Josep Brekalow für seine wunderbare Erklärungsstory zu dem Liken von rassistischen Posts auf Instagram. Ist für mich durchaus einer, der verdient auch da mal einen Punkt geholt hat gegenüber dem anderen. So, Marvin schreibt gerade, er braucht noch circa fünf Minuten, dann zögern wir das sehr offensichtliche Thema noch ein bisschen raus und sprechen vorher über die anderen Dummschwätzer, die wir da haben, die allerdings auch so ein bisschen in eine ähnliche Richtung gehen, aber versuchen wir es mal so ganz von weit hinten irgendwie anzulaufen. Vielleicht schafft es Marvin dann gleich noch rechtzeitig. Einer, der jetzt nicht direkt etwas mit dieser sehr offensichtlichen DFB-Thematik zu tun hat, sondern eher mit anderen Dingen des DFB, ist Marcel Reif. Der wird nominiert von unserem Hörer Ed Jan Hommel. Und zwar hat Marcel Reif wohl in einem Interview bei Sport1, was ich nicht lesen konnte, weil dafür muss man irgendwie Werbung zustimmen und ich weigere mich, da Werbung zuzustimmen. Ich hätte vielleicht noch dafür was bezahlt, aber Werbung wollte ich nicht. Jedenfalls ist er halt auch so ein bisschen, hat er einen Beitrag geschrieben zur aktuellen Geschichte beim DFB. Da ging es hauptsächlich um die Geschichte mit Sané, der ja dann irgendwie vorzeitig abgereist ist und so ein bisschen sauer war, weil er nicht zum Einsatz kam. Und da hat er den wunderbaren Satz drin, jetzt finde ich ihn gerade nicht, da ging es irgendwie um, ach, wo ist es denn? Genau. Da ging es irgendwie um das Beschwerden, dass man da irgendwie keinen Einsatz bekommt. und da sagt er den schönen Satz, früher haben die älteren Spieler dafür gesorgt, dass du das über eine leichte Knöchelbrechung auch im Kopf ankommst. Das habe ich nicht verstanden. Nochmal, sorry. Nee, er sagt quasi von wegen, naja, es gibt halt eine Meinung oder eine Aussage, warum du halt nicht spielst, weil du halt irgendwie nicht so ganz pflegeleicht bist und so weiter. Und früher haben die älteren Spieler dir halt auch mal ordentlich im Training eine gegen das Bein getreten, damit er halt auch mal weiß, warum das so ist. Ja, weiß ich nicht, hat man früher sicherlich so gemacht, weiß ich nicht, ob man das heutzutage irgendwie noch unbedingt braucht und ob er jetzt sich dazu unbedingt irgendwie äußern muss. Nee, früher war das so und das war gut so und deswegen machen wir das heute auch. Früher mussten die noch die Tore tragen und die und das. Ja, haben noch in der Eisdonne gesessen und geraucht. Grüße an Mario Basler. Ja, also, weiß ich nicht. Ist ja gar nicht so unsympathisch. Die Sache ist nur die, dass die das so dermaßen damit kokettieren und dieses andere dadurch abwerten und so. Und ich weiß noch, 2014 waren es ganz andere Diskussionen, da wurde es noch irgendwie gefeiert, dass plötzlich flache Hierarchien da sind und bla und team. Jetzt soll das alles wieder falsch sein. Das ist genau das Gleiche, was du vorhin gesagt hast. Das ist alle fünf Jahre wieder was anderes und in fünf Jahren reden wir wieder darüber, dass es wieder so sein muss und so und so und so. Also, es ist, weiß ich nicht. Die beschäftigen sich mit so vielen Nebenschauplätzen immer dabei sind. Es gibt so viele andere wichtige Themen im Fußball, wo man sagen könnte, okay, das könnte wirklich einen Impact auf dein Spiel haben. Aber, naja, vielleicht verkauft sich das besser. Vielleicht muss der Doppelpass einfach so überleben. Grüße. Das war ja nicht mal der Doppelpass, sondern es war irgendwie schriftlich bei Sport 1. Ja, aber das ist, ja. Kommt aus derselben Richtung, anderes Medium, wie auch immer. Selbe Tonlage. Genau. Selbe Tonlage, selbe Menschen. Ja, braucht man nicht unbedingt. Eine weitere Hörernominierung, und damit biegen wir jetzt so langsam in das sehr offensichtliche Thema ein, war oder ist eine Nominierung von unserem Hörer Ed Big Adler 3003. Und der nominiert Michael Schulz für seinen gar hervorragenden Auftritt im Heimspiel gestern Abend. Ich habe es nicht komplett gesehen, sondern mir nur heute Morgen einen Ausschnitt angeguckt, der da halt auch nochmal auf dieses Grindel-Frankfurt-Spielverlegungsthema eingegangen ist und dann auch nochmal klar gesagt hat, so nach dem Motto, ja, aber vielleicht gibt es ja einfach einen Grund und gefährliche Fans. Und ja, also, in die gleiche Kerbe haut, wo ich mich auch frage, warum? Ja, gefährliche Fans, wenn ich das höre, aber das Ding ist, das wird dann, ja, das wird dann ungefiltert weitergegeben einfach. Ja, das habe ich im Fernseher gehört, die sind ganz gefährlich. Und dann gibt es ja wahrscheinlich noch Leute, die sauer auf die Eintraub-Fans sind. Ja, ich werde es jetzt vom Länderspiel geben und nur wegen euch kommt es jetzt hier nicht mehr nach Frankfurt und so. Und du denkst hier ganz ehrlich, boah, was, 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 also, die Eintraub-Fans sind, also, viele Eintraub-Fans sind nicht mal zum Supercup gegangen. Ja, aus der gleichen, aus der gleichen Begründung. Ja, und da hat die Eintraub mitgespielt und in der Nationalmannschaft ist nicht ein Eintracht-Spieler. Das heißt, wenn in Frankfurt ein Länderspiel stattfindet, kommen da vielleicht auch viele Leute, aber mit Sicherheit keine, die eine sehr klare Meinung haben, sondern die gehen halt da hin und dann denke ich auch, die Nationalmannschaft ist da, keine Ahnung. Gibt es ja auch viele Bayern-Fans hier, die wollen ja vielleicht Thomas Müller spielen sehen oder so, meine Güte, aber, naja. Ja, gut, ich meine, das ist dann vielleicht halt wirklich nochmal irgendwie so eine andere Geschichte, wenn du halt wirklich, äh, an der Stelle Bayern-Fan bist, was es ja, ich hörte davon, dass es das, äh, auch außerhalb von Bayern geben mag. Ähm, und da sind nun mal halt viele Nationalspieler, sind halt Spieler vom FC Bayern, dass du das halt auch nochmal irgendwie die Möglichkeit ist da irgendwie den einen oder anderen zu sehen. Ja, das seien denen ja auch gegönnt, meine Güte. Können sie ja auch machen, ja. Hätte sich ja hier auch keiner aufgeregt, wenn ich eine Länderspielstadt gefunden hätte und dann hätte ich keine Protestkundgebung gegeben. Ja. Die Leute, die es nicht interessiert hätten, hätten es einfach ignoriert und die, keine Ahnung, vielleicht für irgendwelche Zehnjährigen oder so, für die das trotzdem alles noch Großes da sind, meine Güte, die wären vielleicht dann mit ihren Eltern da hingegangen, das ist ja nichts Schlimmes. Ja. Aber sich dann so eine Debatte anzuhören, dass man wegen der Euro-Bewerbung und so ein Kram keine Spiele mehr hier austragen sollte, bla 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 bla, das macht, ich weiß gar nicht genau, ich hab eigentlich gedacht, dass wir bei dem Graben dieser Gräben schon längst auf Stein gestoßen wären und das nicht tiefer hätte graben werden können, aber da kommt noch einer mit dem Presslufthammer an und will es noch tiefer graben, bis uns das komplette Grundwasser in die Fresse schießt. Also und das ist, warum? Ich versteh's nicht. Also damit sind wir jetzt zum einen bei der sehr offensichtlichen Nominierung, die von sehr, sehr vielen kam und wir begrüßen dann doch noch dazugestoßen den Herrn Marvin. Ach Gott, meine Güte, hallo, guten Tag. Tut mir leid, dass ich so spät bin, es war die absolute Hölle, ich bin extra sehr pünktlich, falls der ein oder andere Chef heute zuhört, sehr pünktlich von meiner Arbeit weggegangen und habe trotzdem, ich muss eigentlich mit meinem Arbeitsweg, das will ich nochmal ganz kurz hier erläutern, der Weg zur Arbeit würde normalerweise nur so, naja, ich würde mal so sagen, mit dem Auto, ich habe mir ein Auto, so ein Car2Go gemietet, so round about 10 Minuten oder so dauert das. So, Auto gemietet, schon mal okay, ein bisschen gedauert, bis ich hingelaufen bin, dann bin ich losgefahren. Das Dumme ist, mit so einem Smart kommst du ja normalerweise überall hin, kannst du überall parken, hast kein Problem. Smart war aber nicht in der Nähe, sonst habe ich nur so einen scheiß großen BMW oder was es so ist und dann hier um die Uhrzeit einen Parkplatz zu finden, ich bin 20 Minuten wutentbrannt hier rumgefahren, habe gedacht, was ist denn hier los, habe dann wirklich euch schon im Livestream angemacht, habe echt gedacht, ich raste aus. Ja, aber jetzt bin ich hier, habe es endlich geschafft, tut mir leid, dass ich so lange gewartet habe. Alles gut, wir schreiben, wir schreiben dir für deinen Chef einfach eine Entschuldigung und dann haben wir das Thema zumindest. Naja, der bin ja wirklich recht pünktlich, wirklich recht pünktlich gegangen, aber wie gesagt, das ist halt einfach, naja, jetzt bin ich hier, willst du aber auf die Sekunde genau mal, wenn du auf die Sekunde genau zu unserem Livestream kommst. Wir reden jetzt über eine Nominierung, die wir wirklich von sehr, sehr vielen bekommen haben. Aber auch, aber trotzdem, aber auch dieser scheiß Schulz, was ist denn los mit ihm, was geht der mir denn auf den Sack, dieser ehemalige Offenbacher oder so, ja, es gibt echt Leute, die haben eine Kompetenz, über die Antwort zu reden, ihm spreche ich das wirklich auch mal ab, man muss auch nicht jetzt alles nachplappern, was irgendwo, irgendwo steht. Meine Güte, nur weil du jetzt mal im Fernsehen bist, brauchst du auch nicht denken, dass du hier die weiße Löffeln gefressen hast. Mach dir mal deine verfickten Haare, verdammte Scheiße. Geh mir mega auf den Sack, dass so eine undifferenzierte Meinung irgendwo bereitgetreten wird. Dann muss ich sagen, das ist für mich auch überhaupt, da steckt nichts dahinter, dann lass ich es doch einfach sein. Wenn ich keine Ahnung habe, zu irgendeinem Thema mich zu äußern, dann halte ich einfach mal meine Klappe, ist doch kein Drama. Ich muss auch, wenn mich jemand zur Hallenhammer fragt, dann sage ich auch nicht, oh, bin ich großer Experte, um mich was zu sagen oder so. Nein, halte ich einfach mal meine Klappe oder so. Mach das doch auch mal, Schulz. Geh zum Friseur. Es gibt gute Friseure. Wir waren letztens bei Boki. Der ist froh, wenn er dir mal deine Haare schneiden kann. Mann, Mann, Mann. So, und jetzt gehen wir zum eigentlichen Thema. Es ist grandios. Rekordverdächtig Marvin in 0,2 Sekunden von 0 auf totale Eskalation. So kennen wir ihn. Ja, sehr offensichtliche Nominierung von wahnsinnig vielen, hatte ich schon gesagt. die Herren Grindl und Koch im Doppelpack für ihre wunderbare E-Mail-Kommunikation. Ich weiß nicht, wem von den beiden ich gerne lieber irgendwie vor das Bein treten will. Meine Tendenz geht momentan tatsächlich irgendwie zu dem Herrn Koch hin. Ich glaube, ich meinte bei 93 rausgehört zu haben, Bastis Richtung auch. Für den unwahrscheinlichen Fall, für den sehr, sehr unwahrscheinlichen Fall, dass es in der Tat irgendwie keiner mitgekriegt hat, nochmal so ganz kurz im Schnelldurchgang der Spiegel hat eine E-Mail-Kommunikation zwischen den beiden veröffentlicht, die damit anfängt, dass sich der Herr Grindl für eine Verlegung des Spiels von wohlgemerktes Freundschaftsspiel gegen Peru, also nicht mal irgendwie gegen anständigen Gegner, Peru musste leider gegen Deutschland spielen, das ging nicht anders, von Frankfurt nach Sinsheim ausgesprochen, weil er Angst hat vor den Frankfurter Fans und der Meinung, dass sie mutwillig die EM-Bewerbung 2024 zerstören wollen würden. Man hat versucht, ihm das irgendwie auszureden. Ich fand aber auch irgendwie, die Begründung war jetzt nicht irgendwie von wegen, das muss jetzt irgendwie sein und das ist toll, sondern die eigentliche Argumentation war, das bleibt hier sowieso alles nicht geheim und deswegen sollten wir es nicht machen, weil dann sind die erst recht sauer auf uns, Klammer auf, aber ich mag den Saftladen auch nicht und damit meine ich nicht nur die Fans, sondern auch den Verein, weil die sind genauso unfähig, Klammer zu. Das ist so im Schnelldurchgang das, was dann da irgendwie in der Antwort von Koch drin steht, weswegen er für mich noch ein Ticken vor Grindel wäre und jetzt dürft ihr. Ich will einfach nochmal wirklich, weil das muss man sich auf der Zunge jetzt hier gehen lassen, weil das in der Diskussion auch mal, ich lese jetzt nochmal diese Stelle von Reinhard Grindel vor aus einer E-Mail von Reinhard, das ist der DFB-Präsident, der schreibt, aber für mich ist die Sache ganz klar, ganz klar schreibt er, ich halte das Risiko, dass wir bei dem Länderspiel ein Desaster erleben und dies kurz vor Eurovergabe negative Auswirkungen hat, einfach für zu hoch, weil für mich die Frankfurter Ultraszene viel zu umbrechenbar ist. Ich möchte mich deshalb auf klassische Argumente, die Ultras-Besuch-Kalenderspiele nicht zu gerne verlassen. Man kann es auch genau umdrehen und die Befürchtung haben, dass die ja keineswegs zum Ultras und das Projekt Euro, uns das Projekt Euro 2024 gerade kaputt machen wollen und jetzt kommt es, indem sie dort ein Inferno veranstalten. Ganz ehrlich, wer solche Sätze von sich gibt, der sollte nicht nur nicht DFB-Präsident werden, der sollte auch sich irgendwo untersuchen lassen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin immer noch fassungslos und ich habe jetzt ja schon dreimal darüber geredet mit vielen Leuten und bei 93, bei Fußball 2000, der Marvel nicht auch privat. Es geht nicht in meinen Kopf rein, das ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Das lässt mich auch jetzt noch komplett desillusioniert zurück, als dass man denken würde, dass es auch nur irgendeinen Weg gibt, wie sich diese Lage, die sowieso schon, das ist ja nicht das Erste jetzt, die sowieso schon angespannt ist, durch diverse Aussagen auf irgendwelchen DFB-Banketts, wo es gesagt wird, ja, hoffentlich benehmen die andere Fans sich in Europa, jetzt wer schon den Pokal gewonnen hat. Eigentlich wäre es für den DFB besser gewesen, wenn die Bayern das Pokalfinale gewonnen hätten. Alles Mögliche, diese ganzen Sachen, Helene Fischer tritt in der Halbzeit auf, bla bla bla, Kollektivstrafen, alles Mögliche, die ganzen Jahre, nachdem die sich selber im Hintergrund irgendwie, keine Ahnung, die Taschen voll gemacht haben, es keinerlei Aufklärung stattfindet, die irgendwelche Ordner in gelöschten Dokumenten auftauchen, wo zugegeben wird, dass irgendwelche Schmiergelder geflossen sind und die, die haben Angst vor dem einzigen Desaster, dass die in Länderspielen in Frankfurt stattfinden. Das geht mir nicht in den Kopf rein. Kurzer Einschub, was gerade im Chat steht, die erste Gegenargumentation vom DFB war ja, dass man das natürlich nur macht, weil man eben das Stadion dort ausverkauft bekommt. Der Hörer, M.K. Adler, schreibt gerade im Chat, dass man wohl in Baden-Württemberg massenweise Freitickets an die lokalen Sportvereine verteilt hat, weil man Angst hatte, dass man das Stadion nicht voll bekommt. Hätte man ja in Frankfurt auch machen können. Ja, natürlich hätte man es in Frankfurt auch machen können. Und das hast du ja auch angedeutet, was dir in Fußball 2000, wo ja auch irgendwo klar geworden ist, dass selbst da es irgendwie schwierig war, das Ding auszuverkaufen. Aber die Sache ist natürlich sehr mehrdimensional. Also ich meine, da kann sich jetzt auf viele Dinge stürzen. wir haben ja das jetzt auch schon ein bisschen ausgekaut und haben durchgekaut und es ist ganz klar, dass Grindel als Person nur schwer tragbar ist. Aber ich will einfach, auch ja, wir reden gleich noch gerne über Koch, aber ich will eigentlich nochmal zu Grindel, dessen Bild mich immer mehr oder sich immer mehr so ausgestaltet, dass ich nicht sagen kann, dass da irgendwie noch irgendwas Glaubwürdiges dabei bleibt. Man zeigt sich, dass Grindel in seiner Gestalt als Politiker nie die Transition gemacht hat von dem Politiker an sich zum Fußballfunktionär, von dem Menschen, der eine Ahnung von Fußball hat, der Fußball lebt und auch Verständnis zeigt. Weil ganz ehrlich, Fußball ist auch immer Verständnis zeigen. Ich muss unglaublich viele unterschiedliche Menschen im Fußball zusammenbringen für ein Ziel, für mehrere Ziele, für ein Größerwerden dieses Sports in Deutschland. Das hat er bislang noch kein einziges Mal geschafft. Er agiert wie ein typischer Politiker, ein Mittelklasse-Politiker, ein Hinterbänkler, unauffällig, maximal negativ auffällig, wenn es um negative Dinge geht, aber nicht voranpreschend, nicht progressiv. Er ist einer der rückständigsten Personen, die ich in der letzten Zeit erleben musste und er hat dummerweise eines der wichtigsten Ämter in Deutschland. Das macht sich hier ganz deutlich breit und es ist für mich ziemlich peinlich zu sehen, wenn ich dann noch sehe, dass mein Verein, die Frankfurter Eintracht, da in Mitleidenschaft gezogen wird. Ja, und das ist es ja. Also das ist genau das, dass du wirklich dann die eh schon kleine Hoffnung, dass sich irgendwas bessert, jetzt komplett verlierst, wenn du genau merkst, wie die auch intern dann darüber kommunizieren, weil das eigentlich die Befürchtung, die man dann einfach hatte, sowieso bestätigt und eigentlich noch schlimmer sich darstellt. Dass du einen DFB-Präsident hast, der wirklich fernab von allem ist und die Vermutung hatte man ja sowieso schon bei so vielen Sachen. Also du hast ja das Gefühl gehabt, selbst so Kleinigkeiten, wie wenn er bei einer Pokalauslosung irgendwie das Gefühl hat, alle Vereine, die ausgelöst werden, auswendig gelernt, aber er kommt nicht authentisch rüber. Du hast das Gefühl, dieser Herr hat niemals irgendwas, sich mit irgendwelchen Fanbelangen beschäftigt. Das heißt, wenn irgendwelche aktuellen Themen, die natürlich auch von Fanszene teilweise problematisch rüberkommen, natürlich machen Fans auch Probleme. Wenn du dann aber merkst, dass jemand, der dann quasi der Präsident von einem Verband ist, der sich mit solchen Sachen beschäftigt und die teilweise auch bestraft von der Thematik, aber auch gar keine Ahnung hat, dann hast du auch nicht das Gefühl, dass irgendwie die Hitze aus der Debatte rauskommt, dass irgendwelche Seiten aufeinander zugehen. Weil der Ofen ist jetzt aus, sorry, warum soll irgendeiner aus der Frankfurt organisierten Fanszene irgendwelche Gespräche mit dem DFB führen jetzt noch? Also wenn die eh wissen, was die von uns halten quasi. Also das macht's nicht besser, das nimmt absurde Formen an, die auch, das will ich auch nochmal sagen, die haben wir dann mehrere Ebenen angesprochen, was wir auch, was wirklich einfach auch geil ist, ist A erstmal, dass die trotzdem noch leugnen, dass diese Kommunikation stattgefunden hat, dann kommt das 10 Minuten später, wird das veröffentlicht. Obwohl sie ja vorher eigentlich schon schreiben nach dem Motto, es bleibt nichts geheim. Ja eben, die wissen es ja scheinbar und dann leugnen die es trotzdem, das ist schon mal dreist, einfach zu lügen, Punkt. Um dann aber trotzdem auch, ja im Endeffekt, im Nebensatz zuzugeben, dass sie ihr eigenes Produkt so an die Wand gefahren haben, dass sie sagen, ja nee, das ist nicht der Grund und einen anderen Grund nennen und so tun, als wäre der völlig in Ordnung, zu sagen, ja wir können nicht, in Frankfurt können wir das Steuern noch nicht ausverkaufen. Aber wie geht's? Ja, aber das klingt wirklich ein bisschen hilflos auch. Es ist hilflos, aber es ist doch auch wieder mal und wir reden immer wieder über Kommunikation und auch hier trifft es doch wieder den Nagel auf den Kopf. Wie kann es sein, dass ich so schlecht in der Kommunikation bin, gleichzeitig nicht mal Fehler eingestehe, noch nicht mal eine offensichtlich bewiesensten E-Mail-Dokumente als solches dann auch kennzeichnen kann, sondern mich immer wieder versuche rauszulavieren, rauszuwenden. Leute, wir leben in einer schwierigen Zeit aktuell und es hilft uns nur, wenn wir offen und ehrlich über Themen mal diskutieren und es hilft uns nur, wenn wir offen und ehrlich auch mal Fehler zugeben, ein ewiges Rumlavieren, Ausredensuchen der Politik, auch wie wir hier bei Grindel sehen, bringt uns verdammt noch mal nicht weiter und ich bin satt, dass der DFB, das Fußball generell in Deutschland, so unfassbar an die Wand gefahren wird, wie das hier mal wieder von Grindel und Co. der Fall ist. Denn diese Politik der nicht offenen Diskussion, des Kleinhaltens, immer nur ein Ziel suchen, bla bla bla. Leute, wir entweder arbeiten wir hier alle zusammen, versuchen Lösungen, uns gegenseitig besser zu verstehen oder wir lassen es sein. Aber dann hat Grindel auf diesem Posten nichts verloren. Und ich habe noch nicht über Koch gesprochen, da diese E-Mail-Aussagen, die er getroffen hat, die sind auch ebenfalls bodenlos und zeigen für mich von beiden Seiten aus, dass zum einen ein extrem negatives Image der Frankfurter Eintracht angelastet wird, übrigens auch auf Führungsebene, was ich mega krass finde, was ich unglaublich problematisch finde, was übrigens auch noch viel weiter gesponnen werden kann. Das ist ein Ausmaß, das habe ich ja bei Fußball 2000 auch schon gesagt, das ist ein Ausmaß, darüber muss man sich erst mal Gedanken machen, denn welche Probleme könnten uns dadurch entstehen, dass selbst auf dieser Führungsebene die Eintracht als so negativ angesehen wird. Ich will keine Dinge beschreien, aber wer weiß, wie die ein oder andere Entscheidung dann ausfällt, wenn es mal Probleme gibt, wenn es mal schwierig wird. Also das ist eine sehr, sehr... René hat das schon angedeutet, da braucht man auch sich gar keinen Alu-Hut aufsetzen, wenn man sagt, okay, jetzt ist am Freitag verhandelt, ob Willems zwei oder drei Spiele gesperrt ist, hat René auch schon angemerkt, ja, die Hoffnung ist nicht groß, dass wir irgendwo in einem DFB-Gericht gerade, wenn die Verantwortlichen eintragen, selbst die Verantwortlichen, der Marvin hat sie jetzt auch nochmal ins Spiel gebracht, selbst die Verantwortlichen ja scheinbar keinen guten Ruf genießen. Das ist ja oft, nochmal was anderes, aber Fans wird ja oft draufgeschlagen gerne. Ja. Aber dass die Verantwortlichen eintragen für ihre Proteste, die eigentlich sogar in den Medien danach, positiv und selbst über die deutschen Medien hinaus, auch in den internationalen Medien gelandet sind, eigentlich als vorbildlich galten, dass viele Fans auf der ganzen Welt gesagt haben, ach guck mal, so sieht das also aus, wenn Fans und Vereine einigermaßen sich zumindest tolerieren. Die Eintracht hat damals ja nicht gesagt, boah, wir finden das geil, dass hier unsere Fans Tennisbälle schmeißen oder da vor dem Spiel irgendwie an der Seite stehen. Nein, wir müssen aber irgendwie in den Dialog gehen, da Marvin hat es gesagt, zu gucken, dass wir zusammenarbeiten, die Eintracht-Fans sorgen für keine Eskalation, wollen aber trotzdem den Standpunkt klar machen. Und dass so eine Aktion, wo wir eigentlich, und wir hatten ja auch eine Sendung darüber, eine ziemlich lange, wo wir eigentlich froh waren, wie das ausgegangen ist, wo du gedacht hast, ey, die Eintracht-Fans haben keine Angriffsfläche geboten, indem sie gezündelt haben, indem sie irgendwas gewalttätige Aktionen gebracht haben. Nee, das war ein kreativer, lustiger Protest und außer irgendwie Ralf Rangnick oder so hat sich auch keiner irgendwie über die Maßen darüber beschwert und das Medienecho war eigentlich auch größtenteils positiv. Dass so eine Aktion schon so negative Sachen hervorruft, dann fragst du dich ja auch, okay, dann ist es eigentlich auch fast egal, wie du es machst. Eigentlich wollen die halt nur, dass du die Schnauze hältst. Ja, das ist das Einzige, was in das Bild des DFB passt, Entscheidungen nicht in Frage zu stellen. Warum gehen wir dann hin, wenn wir in der V-Fu nicht können? Hier, lass noch Hoverheim gehen, die lass ich alles gefallen. Ganz ehrlich, das fällt mir nichts mehr zu ein und bestätigt mich ja auch immer. Man muss ja auch aufpassen, dass man immer in seiner Meinung nicht festgefahren ist. Zu denken, okay, der DFB ist immer scheiße, das ist immer alles scheiße. Ja, aber sorry, Leute, bei allen Bemühungen, irgendeine Differenzierung und irgendwie eine Neutralisierung da reinzukriegen, gelingt es mir einfach nicht, weil sich immer wieder von verschiedensten Stellen irgendwelche Sachen aufeinandersetzen, die einen wirklich verzweifelt zurücklassen und dann soll die scheiß Nationalmannschaft halt in Hoffenheim spielen. Viel Spaß. Und das ist das Schlimme, weil ich will nicht, ich bin jetzt hier in diesem Podcast und will alles Kacke reden. Das ist überhaupt gar nicht mein Ansinnen. Ich will eigentlich, dass Dinge nach progressiv gestaltet werden, dass Dinge sich weiterentwickeln, dass wir auch mal die Möglichkeit haben, einen deutschen Nationalspieler aus Frankfurt zu sehen. Es ist schon interessant, dass gerade jetzt, wo Kevin Trapp irgendwie wieder zu einem Verein gegangen ist, wo er mal wieder regelmäßig spielt, er nicht nominiert wird. Es ist schon bezeichnend, dass es extrem viele Frankfurter extrem schwierig haben, irgendwie mal für die Nationalmannschaft nominiert zu werden und plötzlich, plötzlich, wenn sie zu einem anderen hanebüchenen Dummpaddelverein übergelaufen sind, dann plötzlich Nominierung bekommen. Mag vielleicht nur mal für ein, zwei Spiele sein, aber da ist auch Sebastian Jung ein gutes Beispiel, dessen Karriere übrigens auch dadurch ein bisschen kaputt gemacht wurde. Sebastian Jung war ein Spieler, hättest du dem mal ein bisschen Vertrauen von der Nationalmannschaftsseite ausgegeben, dass er auch bei seinem Heimatverein erfolgreich spielen kann, hätte die Karriere vielleicht, vielleicht einen anderen Turn genommen, bis auf die ewige Erfolglosigkeit oder die Bankplatzierung oder die dauerhafte Verletzung. Kann man sich mal drüber nachdenken, kann man mal drüber nachdenken, kann man auch sein, es ist DVB vielleicht mal drüber nachdenken, auch hier nicht alles in der Kommunikation richtig gemacht zu haben und das ärgert mich halt auch, dass wir seit Jahren eigentlich überhaupt keine Lobby in Sachen Nationalmannschaft haben, ist das schon sehr befremdlich und das trotz der Tatsache, dass ich persönlich kein Problem mit Jogi Löw habe, ich finde halt, das habe ich oftmals genug gesagt, ich finde, Bierhoff ist mittlerweile ein ziemlicher Lackaffer geworden, bei dem ich ehrlich gesagt sagen muss, dass der nicht mehr viel dazu beiträgt, dass die Nationalmannschaft sich in eine positive Richtung entwickeln kann, ich gebe aber zu, dass er viel Gutes gemacht hat, bei anderen Vereinen würde ich den wahrscheinlich anders sehen, mittlerweile hat er aber auch einfach den Bogen überspannt, deswegen meine Entgleisung hier, aber ich will nur noch mal festhalten, dass der DFB wirklich kurz davor steht, komplett die Glaubwürdigkeit bei allen Leuten zu verlieren, dass übrigens das Ding noch nicht mal so das große Medienecho hervorgerufen hat, wie ich es mir gedacht hätte, lässt mich übrigens auch an der Situation aktuell zweifeln, denn ganz ehrlich, es gibt kaum ein größeres Ding, was momentan hier gedreht werden könnte, das ist skandalös, diese E-Mails, die da stehen, vielleicht ist es für viele zu komplex, das zu verstehen, aber das ist eine ganz deutliche Ausgrenzung eines Vereins und seiner Fans gegenüber der Fußballöffentlichkeit, das kann man nicht so stehen lassen, ich weiß nicht, wie die Eintracht reagieren soll, aber irgendwas muss die Eintracht auch machen, am besten ist es natürlich jetzt sich schlau und Kompromiss bereit zu geben, um der Öffentlichkeit zu zeigen, wir sind die Smarteren, das ist übrigens sehr gut und sehr wichtig, aber irgendwas, du kannst es nicht so stehen lassen, weil das ist ein Schlag von Bug, für all die Fans, die es in Frankfurt noch gibt, das ist ganz ehrlich, die Bundesliga ist mittlerweile ein ziemlicher Sauhaufen geworden, von mittlerweile mehr oder weniger uninteressanten Vereinen, die in biederen Stiefel spielen, keiner der Stars ist in den letzten Jahren nach Frankfurt, nicht nur nach Frankfurt, Frankfurt vielleicht noch am ehesten, aber nein, ist das nicht, aber in die Bundesliga gewechselt, wenn du die Fans nicht hast, wenn du diese Emotionalität nicht hast, die diese Fans reinbringen, dann hast du in der Bundesliga gar nichts mehr, hast du kein Argument, deine Spiele nach Indien, China, Japan oder sonst wo hin zu verkaufen, wenn das fehlt, dann ist der DFB und dann ist auch die DFL lächerlich geworden, ja, und das müssen die sich auch mal vergegenwärtigen, aber das machen sie nicht, weil sie immer nur, immer nur ihr Denken haben, diese eigene Positionsgeschache, Grindel, ein Mann, der immer nur Position von hier nach dort geschachert hat, ohne wirklich mal sich einen Namen zu machen, ein typischer Biedermann, der Typ kommt wahrscheinlich aus dem Harry Potter Grindelwald oder so, keine Ahnung, kein Wald ist ein Typ, glaube ich, ich kenne mich mit Harry Potter nicht so genau aus, aber so ein bisschen, ist schon so der typische Antagonist, muss ich sagen, ja, aber, dass, dass, dass so vieles überhaupt nicht funktioniert, hängt auch an diesen Positionen und auch, hängt auch an diesen Personen. Ja, das ist tatsächlich so und das ist ja, wie wir es schon gesagt haben, jetzt auch keine, keine Meinung, die wir uns nur anhand dieses Einzelfalls bilden, weil wir jetzt halt als Andra-Fans betroffen sind, sondern diesen Hashtag ausgegrindelt, der jetzt prominent die Runde macht, Grüße ans ZDF. Interessanter Hashtag, by the way. Ja, interessanter Hashtag, genau. Das hat ja schon viel, viel früher angefangen und gipfelte ja eigentlich. Eigentlich dachte ich, dass das der Gipfel ist in dieser unsäglichen Kommunikation von, von dieser Özil-Debatte, dass er da komplett verpasst hat, irgendwie ein klares Statement abzugeben, sich weiter rumlaviert hat, diese ganze Kommunikation und Löw fährt in Urlaub und Grindel äußert sich nicht und dann am Ende äußert er sich doch und sagt, ich hab's doch unterschätzt. Das ist jetzt scheinweise, er schließt sich diesem Trend hier an. Du sagst erst mal irgendeine Scheiße, lässt die so stehen, hoffst, dass sie sich verbreitet und wenn die Fakten dich erdrücken, dann sagst du, ja, sorry, war dann doch nicht so gemeint oder ich hab das und das so gemeint und dann hab ich das und das und das und diese komplette Relativierung, obwohl halt die Scheiße schon am Dampfen ist. Das war ja das und das kam jetzt noch oben drauf und das ist ja auch keine Exklusivmeinung, die wir haben. Es gibt ja auch wirklich seriöse Medien, die davon reden, dass auch intern die Mitarbeiter sehr seriöse Menschen. Außer uns meinst du jetzt, oder? Ja, genau. Die davon reden quasi, dass quasi der Begriff Grindel wirklich dafür steht, dass er sich beim DFB unfreundlich in alle Sachen einmischt, wo er sich vielleicht eigentlich gar nicht einmischen sollte. Unter dem Strich irgendwie keine Ahnung von hat, ja. Ja, wenn man dann sowas liest, dann beginnt sich natürlich bei aller Vorsicht, die man trotzdem haben sollte, so eine Meinung zu verfestigen und sorry, ich kann diesen Mann, ich kann den auch nur noch schwer angucken, wenn ich ganz ehrlich bin. Das fällt mir sehr, sehr schwer und das macht mich fertig, weil er trotzdem jemand ist, der kann auch noch viel Schaden anrichten. Ja. Gerade, was die Gesellschaft betrifft, gerade was den Fußball betrifft und gerade auch nicht. Und jetzt scheinbar auch noch, was unseren Verein betrifft. Ich bin trotzdem schockiert, dass es so wenige und selbst vor diesem Vorfall so wenige Stimmen zumindest gab, wo sagen muss, okay, der Herr, der ist eigentlich nicht mehr tragbar, weil der DFB als Verband an sich kann auch nicht das Interesse haben, so eine Außendarstellung zu haben. Das tut mir sehr, sehr leid, weil das so ein Chaos, was in den letzten Jahren beim FPV ist und da haben wir noch nicht mal über diese ganzen Gelder mit Beckenbauer gesprochen. Sorry. Was dieser Verband für ein Bild abgibt, das ist lächerlich, tut mir leid. Ja, die Frage ist halt wirklich, ist die Außendarstellung in der Tat so schlecht? Also jetzt mal außerhalb unserer Filterblase, wie ihr schon gesagt habt, das Ding ist in keinem, bei keinem großen Medium außer dem Spiegel halt irgendwie gelaufen. Ich weiß nicht, ob der, machen wir die Schublade wieder auf, der gemeine Event- Nationalmannschafts-Fan, der vielleicht jetzt nicht der typische Spiegelleser ist, das halt überhaupt mitkriegt. Also ehrlich gesagt, Spiegel ist schon ein ziemliches Deutschland-Medium mittlerweile. Also was heißt mittlerweile? Eigentlich schon seit ewigen Zeiten. Ich glaube aber, ich glaube aber, dass Geschichten sind immer nur so gut, wie sie positioniert werden. Und ich glaube, dass es nicht aktuell, dass es momentan auch ein Problem unserer Zeit ist, Geschichten gut zu positionieren, wenn andere dumpf backen, andere Geschichten haben, die sie andauernd wieder durchkacheln. Durchkacheln? Jetzt habe ich durchkacheln, weil ich irgendwas mit Kachelmann gelesen habe. Naja, wie auch immer. Aber durchkacheln ist, glaube ich, ein schwieriges Wort dafür. Naja, aber ich glaube, dass es wirklich schwierig ist, so Themen auch zu positionieren. Vielleicht hat das der Spiegel auch nicht ganz so optimal gemacht. Und es ist, glaube ich, nicht über unsere Fußball-Expertenblase, Pseudo-Expertenblase, hinausgegangen, oder? Wie seht ihr das? Ich habe auch das Gefühl, also ich glaube nicht, dass das so ein Filter-Bubble-Ding ist. Da gibt es viele Themen, wo man vielleicht wirklich seine eigene Filter-Bubble überschätzt und dann quasi in der breiten Öffentlichkeit kommt es sich an. Aber ich glaube, dass der DFB ein schlechtes Bild abgibt. Ja, dass der DFB ein schlechtes Bild abgibt, wahrscheinlich schon. Aber diese Brisanz und das, was halt eigentlich hinter diesen Aussagen in diesen E-Mails irgendwie steckt, ist jetzt vielleicht halt einfach nicht in der Breite halt wirklich so da angekommen. Oder es ist in der Tat so, wie Marvin sagt, dass einfach viele Menschen das an der Stelle halt eigentlich nicht verstehen, was damit oder welche Problematik da noch dahinter steckt. Das kann halt wirklich sein. Also es kann wirklich sein, dass es zu komplex ist, dass Leute vielleicht auch nicht so verstehen wollen oder der ganzen Situation schon ein bisschen überdrüssig sind. Oder halt aber auch so konditioniert worden sind, dass wenn du gegen Fußball-Ultras schießt, dass man sofort denkt, ja okay, da wird schon recht haben. Das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Das ist wirklich genau der Punkt, dass du eh jemandem was anreißt, was bei vielen Leuten triggert. Das ist genau auch das, was ich erlebe, wenn ich in den sozialen Medien surfe. Allein dieser Anfangsverdacht hat ein negatives Bild, hat ein negatives Gefühl, was es hervorruft bei den Leuten und dann ist es fast egal, ob was passiert oder ob nichts passiert, sondern naja, die haben ja schon mal was gemacht. Naja, es ist ja schon mal was Negatives passiert. Da muss ja dann noch was dran sein. Naja, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Ja, genau. Das heißt, die ganze Situation mit Grimsel kann nur funktionieren, also ich meine jetzt im negativen Sinne für ihn, das heißt, dass er wirklich mal vielleicht zurücktritt oder dass er seinen Hut einfach mal nimmt, kann nur funktionieren, wenn du alle Punkte zusammennimmst, wenn du darauf hinaus arbeitest, dass du offenbarst, dass du zeigst, dass mit der Nationalmannschaft auf seinen Mist gewachsen ist auch und dass es schlecht lief, dass die Kommunikation für den Arsch war, dass er bewusst Dinge ignoriert, wird, dass er jetzt sogar Fanszenen erneut angreift. Bam, 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 dass er so viel missbaut, dass es kulminativ, dass es überhaupt keine Möglichkeiten mehr gibt. Aber dafür muss noch eine Lobby da sein. Ich glaube, sie bildet sich gerade, wir hatten ja jetzt, oder ich weiß nicht, ob ihr es angesprochen habt, den ZDF-Bericht angesprochen, der heute Morgen gelaufen ist, dass da das Hashtag ausgegrindelt verwendet wird, spricht eine deutliche Sprache. Wenn das mehr und öfter passiert, kann ich mir schon vorstellen, dass hier eine Welle losgetreten wird, die meiner Meinung nach durchaus berechtigt ist. Eine Sache wollte ich dazu noch anmerken, also eigentlich zwei, aber die eine Sache kommt von mir und deswegen mache ich die zuerst. Was mich bei der ganzen Thematik ist, wundert ist, wenn ich eigentlich schon ausgehe, dass nichts, das wurde ja so gesagt, nichts bleibt wirklich geheim und ich habe diese Vorbehalte gegenüber einem Verein und ich will sowas ausdiskutieren, dann mache ich das nicht in der scheiß E-Mail. Dann rufe ich den Menschen an. Ja, wenn es irgendwas gibt, für das ich auch nur im Entferntesten in der Firma irgendwie, weil ich an Prozessen vorbei agiere, belangt werden kann oder mir das auf die Füße fällt, dann schreibe ich das nicht auf. Es ist für mich auch ein Rätsel, aber wir hatten ja damals schon gerätselt, als quasi irgendwelche Dateien aufgetaucht sind unter gelöschte Dateien. Ja. Es ist für mich, aber es bleibt für mich auch ein Rätsel. Es bleibt ein Rätsel, wie Grindel überhaupt in der Lage ist, auf dem iPad ein E-Mail zu schreiben. Vielleicht hat das diktiert, wer weiß. Kurze Ergänzung noch von Benedikt aus dem Chat, der natürlich, wie sollte das auch nicht anders da sein, überprüft hat, wie das mit den Zauberern und Zauberwäldern und sonstigem Zeug bei Harry Potter ist und ich lese folgenden Satz vor. Gellert Grindelwald war in der Zauberwelt berüchtigt als bösester Zauberer vor dem Erscheinen von Lord Voldemort. Die Frage ist jetzt, hat sich J.K. Rowling an unserem amtierenden DFB-Präsident orientiert oder nicht? Wir wissen es nicht. Ich denke es auch fast, aber wir können es nicht mit Fakten belegen und bevor uns jetzt... Grindelwald, da gibt es bald einen Film zu und den soll Johnny Depp spielen. Ich weiß nicht, Johnny Depp und Grindel, ein bisschen weit entfernt. Ist ein bisschen weit entfernt, aber wer weiß, vielleicht wird er ja bis dahin noch arbeitslos und dann kann er die Rolle selbst spielen. Er spielte sich selbst quasi. Ich hoffe sehr, Hashtag ausgegrindelt darf nicht untergehen. Ja, das definitiv, das definitiv nicht. Ich finde, man kann Protest auch durchaus nochmal da öffentlich machen und von daher rufen wir hier nochmal zur Verbreitung das Hashtag ausgegrindelt auf, um den Kollegen beim ZDF dann noch so ein bisschen zu helfen. Grüße. Ich bin gespannt, wie viele Cornflakes die morgen haben. Habt ihr das mitgekriegt? Ich habe 93 erst angefangen zu hören. Die ersten zehn Minuten waren gut, dann war der Italiener dabei. Nee, was meinst du jetzt genau? Nein, also es gibt, es gab ja diesen einer, also habt ihr das mitgekriegt, der Kaiserslautern-Spieler mit dem Schicksal-Konflakes von wegen G-Konflakes zählen und du Eiermaler und so ein Kram, geiler Typ. Ja, Maler hat er auch noch gesagt, den habe ich nicht mitgekriegt, nur wir das mit den Cornflakes. Auf jeden Fall war es dann so gewesen, dass er tatsächlich dafür bestraft wurde vom DFB, Überraschung, Überraschung, und die Kaiserslautern-Fans als Protest gegen diese Strafe dazu aufgerufen haben, einfach Cornflakes an den DFB zu schicken. Der Stichtag war heute, dass heute das alles losgeschickt werden soll, dass das morgen, übermorgen alles ankommt. Und das haben irgendwie andere Fans auch mitgekriegt, die das dann quasi nicht wegen den Lautern-Spieler natürlich und wegen der Sperre gemacht haben, sondern gedacht haben, der DFB, der macht auch so genug Scheiße gegenüber Fans. Wir verbreiten das jetzt mal ein bisschen. Es ist irgendwie durch mehrere Fans hingegangen und es gab viele Bilder in sozialen Medien, wo einige schöne Pakete zurechtgemacht haben mit Cornflakes drin, die der DFB dann zählen soll. Die werden morgen in der Autoflex-Schneise eintreffen. Grüße. Ich bin gespannt, ob es da wird. Da wird es halt auch nichts. Da gibt es bestimmt auch dann in einschlägigen Zeitungen dann schöne Begriffsausdenkereien. Wahrscheinlich hat man aber niemals davon. Fakes-Randale und der Zerialienterror von Frankfurt. Zerialienterror von Frankfurt. Großartig. Sendungstitel incoming. Zerialienterror ist mega gut. Lieb ich. Großartig, den muss ich mir gleich aufschreiben. So, okay, super. Alles klar, Sendungstitel schon gefunden heute. Ah je, es ist alles, wenn es nur nicht so traurig wäre. Ja, aber wie hattet ihr das, war das nicht, glaube ich, sogar bei 93, wo ihr dann irgendwie gesagt habt, dass dann am Ende dann die Sekretärin oder der Hausmeister leidtun, weil die müssen den ganzen Kram dann irgendwie entsorgen. Und sind wir mal ganz ehrlich, das Zeug wird entsorgt werden. Ja, also, oh. Wow, Wild Guest, Wild Guest. Wow. Hier, nee, bist du wie die Steil. Ja, 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 das essen die gar nicht selber. Es sind die, naja, also, man könnte ja dann noch irgendwie, also, ganz ehrlich, wenn ich in der DFB, wenn der DFB ein cooler Verband wäre, dann würden sie das Zeug nehmen und würden es irgendwie der Tafel oder sonst irgendwas spenden. Heute war Tag der Obdachlosen. Ich will nur mal sagen, die haben bestimmt auch nicht genügend zu essen. Ja, oder du machst so irgendwas, also, wenn du halt wirklich irgendwie auch nur annähernd deiner Behauptung und die Leute kümmern und vielleicht das Ding auch irgendwie noch in eine vernünftige Richtung biegen, dann machst du so irgendwas damit, aber, äh. Also, es können uns sicher sein, dass genau das nicht passiert. Ja, leider, das macht es dann an der anderen Stelle wieder ein bisschen traurig, aber man muss auch manchmal einfach so Symbole bringen. Möchten wir noch was zu den beiden unmöglichen Herren sagen? Oder lassen wir sie jetzt erstmal als lang diskutierte Nominierte hier stehen? Gucken wir einfach mal. Es wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch irgendwas passieren. Mittlerweile, wenn ich ganz ehrlich bin, wünsche ich mir, dass die Türkei den Zuschlag für die Europameisterschaft kriegt. Trotz, äh, grandioser Bilder, wo irgendwie halbe Stadien quasi niederbrennen auf Basis der Pyro, die da gezündet wird, das wäre natürlich jetzt, ähm, sehr großartig, aber, ja. Mich ärgert das einfach, mich ärgert das tierisch, dass jemand überhaupt keine Ahnung hat von dem, von dem, worüber er da gerade spricht. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch echt nicht wahr sein, sowas. Die Reaktion ist auf einen legitimen Protest. Das stell dir mal vor, stell dir mal vor, du würdest genau das übertragen auf die reale Welt, äh, die außerhalb des Fußballspiels. Das heißt, jemand hat protestiert und du sagst dann, stell dir, nur mal als Beispiel, die Montagsdemonstration, Pegida auf der Straße. Die kann man finden, wie man will. Man kann auch den Protest der Eintracht-Fans finden, wie man will. Aber dann kann ich doch nicht als Legitim, kann ich doch nicht sagen, okay, am besten machen wir es so, dass die AfD beispielsweise nicht bei der, äh, nicht, äh, teilnimmt. Wenn ich keine Argumente dafür finde, außer mein Gefühl, dass die, äh, dass die AfD nicht bei den Landtags- oder bei den Bundestagswahlen teilnimmt, dann muss ich das einfach tolerieren. Und dann kann ich nicht so rummauscheln, dass sie halt nicht teilnimmt. Das muss ich als demokratisch, äh, als demokratischer Staat auch aushalten. gehen, tolerieren und muss dann da versuchen, äh, Leute aufzuklären, dagegen zu arbeiten, aber mit, mit, mit verbalen Mitteln, mit Verständigung und so weiter und so fort, aber nicht, indem ich, äh, der AfD aus irgendwelchen windigen Gründen irgendwas entziehe. So kann das nicht funktionieren. Das ist jetzt ein sehr, fehlgehendes Beispiel. Das weiß ich auch, weil die Eintracht zum Glück mit der AfD nicht wirklich viel zu tun hat, sondern sie als einzig, als einer der wenigen Vereine sich klar dagegen abgegrenzt hat. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ich protest, wenn es Protest gibt, dann, dann muss ich das tolerieren, weil wir als Gesellschaft das tolerieren müssen und wir müssen uns den, den anderen auch zuhören und der DFB ist kein rechtsfreier Raum, der muss es auch zuhören und muss vielleicht überlegen, hab ich selber was falsch gemacht? Aber das ist kein, aber das passiert nicht. Es passiert kein, kein darüber nachdenken, was sie selbst falsch gemacht haben, was selbst falsch läuft, sondern immer nur, was die anderen falsch gemacht haben oder was andere nicht gut genug sehen. Und das ist für mich etwas, das, das, das finde ich toxisch und wenn die wirklich so weitermachen, ist der ganze Laden irgendwann am Arsch. Wir haben nicht mehr die Zeiten, in denen Mayer Vorfelder hier irgendwie sich den nächsten Korn trinken konnte und irgendwie noch herumgewirtschaftet hat, weil andere Leute gut gearbeitet haben. Das geht nicht mehr. Die sind, das sind alles Dilettanten auf dieser Ebene, wenn ich das so sehe, weil eine Nachlässigkeit nach der anderen passiert. Und ehrlich gesagt, ist es auch peinlich, dass wir überhaupt keine Aufklärung von der WM 2006 haben. Ja, ja, imgebracht und so weiter, sechs Millionen. Ja, aber Leute, macht's doch einfach mal. Seid doch echt mal ehrlich mit den Leuten. Das fängt an mit der, das fängt an damit. Aber das ist ja auch in den 90er Jahren die, die Spendegelder, äh, Affäre der CDU. Die wurde auch nie wirklich aufgeklärt. Leute, hört doch endlich mal auf mit diesem Untertischkern. Seid doch mal ehrlich. Steht zu den Fehlern, die ihr gemacht habt und kommuniziert die. Und dann, dann werdet ihr sehen, dass Leute wirklich auch wieder ein Gefühl dafür haben, okay, die haben Fehler gemacht, die haben sich eingestanden, sind sie doch nur wie wir, aber da haben wir ein größeres Vertrauen. Wie will dann Grindel irgendwie noch Vertrauen an Leuten bekommen, wenn er immer nur so eine Scheiße macht? Das wird nicht funktionieren. Ja. Der kann froh sein, dass er nicht direkt von, äh, von, von allen Fußballfans gewählt wird. Da wird er, glaube ich, wird er wahrscheinlich ne Wahrscheinlichkeit, ja, keine Ahnung, wird er zehn Prozent bekommen oder so. Und das sind alles nur Fans von Hoffenheim und von Wolfsburg und diesem Rathenwahlverein. Sorry, musste eskalieren. Genial. Musste auch mal ausführlicher besprochen werden im seriösen Rahmen. Bei Fußball 2000 hatten wir nicht genug Zeit, 93 ist nicht seriös genug, deswegen war das heute der richtige Rahmen, um das Thema abzuschließen. Ja, und dann versucht er die Kurve mit dem Vergleich mit den, äh, es gibt auch seriösen Medien wieder zu kriegen. Hat nicht funktioniert, Herr Roth, hat nicht funktioniert. Als Dread? Nee, hier nicht mehr. Das Thema ist durch. So, ich glaube, die Frage nach weiteren Nominierten, ähm, erübrigt sich, weil, äh, sie hätten sowieso keine Chance. So, ähm, kommen wir zur letzten, äh, Kategorie, nämlich, äh, den Empfehlungen. Ich, äh, was empfiehlt ihr mir denn? Ja, ich bin jetzt die ganze Zeit am gucken mit meinem Handy. Was soll ich denn heute Abend zu essen bestellen? Ich bin jetzt irgendwann erst heimgekommen, hab bei 12 Uhr nichts mehr gegessen. Hm. Basti, um die Uhrzeit, wo würdest du jetzt noch was bestellen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da würde ich mich jetzt beeilen, weil um 11 Uhr macht die meisten Sachen zu. Äh, der Greentie hat, glaube ich, schon geschlossen, kann das sein? Ja, der ist nicht mehr bei mir zur Verfügung. Ah, schade. Was, ja, hm. Weil kein Burger, kein Bock auf Burger. Nee, Burger und Pizza würde ich auch nicht machen. Ich würde trotzdem gucken, ob, ich würde mir vielleicht Panglangai, ich würde mir vielleicht Panglangai bei Foodrockers bestellen, das ist ganz gut. Panglangai, was ist das? Foodrockers. Panglangai ist so, ähm, Reis mit rotem Curry und Bohnen und Nissen und so weiter und so weiter. Oh, das ist ganz geil, das klingt gut. Ja, die Foodrockers haben echt noch eine ganze Weile auf, ne? Die sind nämlich am längsten, dass sie mir jetzt von Tanah einfach weil die so lange noch auf haben. Okay, ja geil, da geht ja noch was. Okay, danke. Sehr gut. Damit wäre jetzt auch der Essensplan des Herrn Marvin gesichert. Der wartet echt bis zwei Wochen. Genau, ich, ähm, hab eigentlich nur eine wirkliche Empfehlung, außer eben nochmal das, sich den kompletten Wortlaut der E-Mails, die wir im Spiegel veröffentlicht sind, nochmal durchzulesen, von daher hau ich den Link da auch nochmal rein. Und etwas anderes, was da jetzt auch so ein bisschen in diese, in diese politische Richtung passt, ich bin an manchen Stellen auch so ein Late-Adapter, wie Basti es ist mit Game of Thrones. Ähm, ich hab letzte Woche erst mit House of Cards angefangen und ich find es großartig. Und jeder, der sich auch nur annähernd für sowas begeistern kann, für so politisch intrigenhafte Geschichten, der sollte sich das mal angucken, mal davon abgesehen, dass ich Kevin Spacey einen ganz hervorragenden Protagonisten für die Hauptrolle da finde. Antagonisten vielleicht. Ja, du weißt, was ich meine. Also von daher, wenn du nach dem Essen noch was gucken willst und noch nicht angefangen hast, was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann. Er hat schon durchgeguckt. Ja, Entschuldigung. Aber ich weiß, du hast ja vollkommen recht. Ich finde auch, leider hat er in der letzten Zeit ziemlich viel Mist gebaut, was der ganzen Sache irgendwie ja, nicht so gut getan hat. Ja, ähm, ein bisschen schwierig, aber das ist leider richtig. Serie ist schon geil, das muss man schon sagen. Du hast ja natürlich auch schon geguckt, ne? Waren ja keine Drachen dabei. Ich wollte gerade sagen, da war keine Gefahr, dass da eine Magie eine Rolle spielt. Bei Game of Thrones wurde ich ja verarscht. Ja, aber war es jetzt so schlimm, Basti? Weiß ich nicht genau. Wenn man dann drin ist, ignoriert man das, aber ich war am Anfang schon sauer, dass ich da in Game of Thrones geschaut habe und mir wurde gesagt, ja, das ist kein Kobold, das ist ein Zwerg, was ja auch stimmt. Es ist ja. Ja, die Sache ist aber die, das hat aber meine Befürchtung, die Befürchtung, die ich ursprünglich hatte und das war ja, dieser Zwerg war ja nur ein Beispiel, die ich genannt habe, weil ich keinen Bock drauf habe, wurde dann trotzdem ignoriert und man wurde nicht gesagt, dass da plötzlich irgendwelche Skelette und irgendwelche weißen Wanderer und irgendwelche Drachen und sonst irgendwas da noch Rolle spielen. Also ganz ehrlich, die Skelette, die gehen mir auch richtig auf die Eier. Die fallen doch, die sind so gefährlich dabei, guckst du die nur einmal an, da fallen die schon auseinander. Ja, Skelette in Sendungen, immer schlechte Idee. Kannst du nicht bringen. Ist immer schlecht. Ich hatte auch keinen, ohne Scheiße, ich fand die Serie richtig lang, richtig geil und ich gucke die natürlich auch immer noch weiter, aber mir ging das schon auf den Sack, dass dann die Untoten kommen. Wenn ich Untote sehen will, dann gucke ich, wie heißt diese andere Serie, die irgendwie Walking Dead, dann gucke ich doch nicht, dann gucke ich doch nicht sowas. Ich weiß, okay, steht wahrscheinlich sogar in einem Büchern, hat mich aber echt ganz schön genervt, weil ich denke, das war eigentlich so eine Dimension, die es fast gar nicht gebraucht hätte. Aber nein. Eben, ich wollte gerade sagen, weil innerhalb von der Mauer war doch alles, ist alles interessant genug. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, als Jon Snow und Khaleesi sich getroffen haben. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich Khaleesi gesehen habe. Da passt der Joke aus dem Chat dazu, bei House of Cards sind doch wenigstens Haustrachen dabei. Jetzt hat er wieder die Stimmung rausgebracht, gut um hier zum Ende zu finden. Das war der Chat mit dem Witz, ich kann doch auch nichts dazu. Habt ihr denn noch Dinge, die ihr empfehlen wollen würdet? So ein Haustrachen zu Hause hast nicht ganz so viel verkehrt. Naja, anderes Thema. Das ist korrekt. Es wird nicht besser, René. Naja, ich auch nicht. Immerhin sind wir jetzt von den ganzen komischen Themen noch zu irgendwas Lustigem am Ende gekommen. Ich habe keinen Empfehlung. Ich kann ja nicht jede Woche Pro Evolution empfehlen, aber ich kann euch ein Update geben. Ich habe Messi gezogen, Alter. Haha, Grüße an mich. Also ich kann nur sagen, hast du den in irgendeinem Freepack gezogen oder hast du da nochmal Kohle eingeworfen? Das ist ja die spannende Frage dabei. Ne, das war der Wochenagent, den konnte man für 100 Münzen kaufen, wo irgendwelche 11 Spieler im Fokus standen und da war ja quasi einer davon. Und dann habe ich ihn gezogen mit meinem, ich musste 100 Münzen einsetzen, aber die hatte ich auch so. Ja, gut, dann gratulieren wir dir recht herzlich zu Messi. Also ich empfehle natürlich die neueste Folge Fußball 2000. Ach ja, Koran, ja. Ja, ich wollte nicht schon wieder, weil das wirkt dann auch langsam so ein bisschen sehr nach Fantum. Na, da bin ich auch jetzt. Ist ja auch Fantum. Ich habe heute, ich war heute beim Spiel meines Lebens vor meiner Sportreide zu Gast und da hatte der Moderator Andreas Thies Grüße an der Stelle, hatte ohne, dass er es wusste, hat er gesagt, Fußball 2000 sieht er so als Better Call Saul vom Eintracht-Podcast und was für ein Intro haben wir heute? Das ist natürlich ganz hervorragend. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, dass es nicht dazu gepasst. Ja. Also genau, da geht es heute auch natürlich nochmal um die Grindelkiste, gut aufbereitet, ein bisschen kürzer, jetzt hier ein bisschen eskalierter, hat man ja gemerkt, aber auch da mussten wir natürlich taufrisch unseren Senf dazugeben, zusätzlich nochmal ein kurzer Abriss über unsere Lieblings-Auswärtspartien und nächste Woche sind wir dann wieder in gewohnter Weise direkt nach dem Spiel dann verfügbar und werden uns Aspekte rauspicken, die wir natürlich nicht im Eintracht-Podcast in dieser Länge besprechen. Also, wenn ihr alles hören wollt, müsst ihr alles abonnieren. Ja. Was sagen, natürlich. Ja, und dann kam... Die Schlussszene vom Fußball 2000 ist doch ganz hervorragend. Wow, ja. Grüße an alle Beteiligten. Ja, die war echt, ich musste es mir ja vor der Sendung noch angucken, um einfach auch mich über ein seriöses Medium zu informieren und ich musste sehr lachen am Ende. Hast du ja auch echt schnell weggesnackt, muss man ja schon sagen. ich meine, heute 15 Minuten oder so, geht schon mal. Genau, und ich bleibe bei deiner Aussage, Marvin, du hast ein Talent dafür, komplizierte Dinge noch viel komplizierter zu erklären. Ja, das Krasse, es sind ja zwei Minuten rausgeschnitten worden, in denen ich versucht habe, noch undeutlich auszudrücken. Also, insofern war noch nicht mal die komplette Eskalation. Das müssen ja Marvin und ich auch erst lernen, dass wir so wenig Zeit haben. Ja. Die Zeit, wo die Sendung konzern ist, haben wir uns hier eigentlich erst begrüßt. Quasi, genau. Im Chat kam gerade eben noch eine spezielle Empfehlung, die ich eigentlich außen vor lassen wollte, aber es wurde reingeschrieben, extra für Basti und zwar von unserem Hörer Ubiquitous. die FIFA 19-Demo ab Donnerstag für PS4. Viel Spaß mit eurem Kinderspiel. Ja. So ist es. Das ist schon krass, ne? Hier riecht es die ganze Zeit, ich habe das Fenster auf, oder die Tür auf, und hier riecht es die ganze Zeit, weil irgendwo anders noch gekocht wird. Ja, klopft doch einfach mal und sagst, der Gritter hat schon zu, was machen sie? Hast du übrigens auch gleich irgendwie Kontakt zu deinen Nachbarn? Genau. Ich weiß nicht, ob ich das haben will. Ich kenne deine Nachbarn nicht, ich kann dir dazu nix sagen. Aber es ist natürlich extrem fies, wenn man sowieso schon Hunger hat und es die ganze Zeit irgendwie so nach Essen riecht. Das macht einen so ein bisschen... Es ist schwierig, man hat es nicht leicht. Thema Essen. Der FC Blau-Weiß-Mittelstadt ist zurück. Grüße. Der FC Blau-Weiß-Mittelstadt ist zurück. In der aktuellen 93-Folge, oder das? Jetzt habe ich dich gespoilert, das Ende schon verraten, was die neue Rubrik ist. Am Ende wird wieder aus dem Nachfolgeteil von Hedrick Elfmeter für die Liebe wird jetzt Hedrick 3 vorgelesen. Ja, hervorragend. Dann höre ich doch auf jeden Fall bis zum Ende. So ein perfider, kranker Mist. Das finde ich großartig. Dann schreibe ich jetzt als Empfehlung noch auf neue Folge 93. Dass ich diese Seelen wieder ausgedacht habe. Ja, dann muss ich das doch gleich zu Ende hören. Dann würde ich sagen, mal herzlichen Schuss, damit ich hier wieder... Ich ging allein durch dieses Stand. Genau. Da ist aber der Ohrwurm hervorragend. Dann lasst uns doch auf die Ziele gerade ein. Am Anfang haben wir all den Menschen gedankt, die am Samstag bei unserer Live-Diskussion Schrägstrich Sommerfirst Schrägstrich Late-After-Hour-Event dabei waren. War mega nice. Machen wir auch mal wieder. Also ich finde, das ist ein Format, das können wir mindestens einmal im Jahr mal wiederholen, weil es total geil war. Aber die ganzen Leute, die auch mal was sagen wollten, halt mit denen in Kontakt zu kommen, in den Diskurs zu treten, fand ich richtig super. Und vielen Dank, dass sich so viele beteiligt haben. Es war eine sehr rege Diskussion. Es hat mir großen Spaß gemacht, muss ich sagen. So ist es. Und von daher möchte ich jetzt zum Ende all den Menschen danken, die vielleicht am Samstag nicht dabei sein konnten, aus welchen Gründen auch immer, aber uns wieder fleißig mit Kommentaren, Feedback, Nominierungen oder auch kleinen Spenden unterstützt haben. Vielen, vielen Dank und vielleicht schafft ihr es beim nächsten Mal, wie Marvin ja gerade eben schon gesagt hat, es hat uns großen Spaß gemacht und es ist nicht auszuschließen, dass da das ein oder andere an Idee oder Event oder sonst irgendwas mal noch irgendwann um die Ecke kommt. Ne? So, dann würde ich sagen, machen wir den Sack jetzt hier zu. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche allen den Menschen, die am Freitag, das würde ich gerade Samstag sagen, am Freitag nach Dortmund fahren. Viel, viel Spaß, bringt Punkte mit. Wir klären noch, wann und wie wir uns nächste Woche melden. Da ist ja das erste Mal Europa, von daher könnte das Termin nicht vielleicht noch ein bisschen spannend werden. Aber ansonsten wünschen wir euch bis dahin noch viel Spaß und machen den Sack zu. Bis dann, macht's gut! Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.